Moin Moin und Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren neuen Spiel und zwar habe ich in den alten Xbox Spielern bei der Xbox 360 Monkey Island die Special Edition gefunden und da Ron Gilbert ja den dritten Teil, offiziellen dritten Teil oder inoffiziellen dritten Teil, kann man sagen, wenn man will, angekündigt hat, habe ich mir gedacht, spiel doch mal die alten Teile durch, aber ich wollte es nicht in der Pixelgrafik anfangen, obwohl die sehr schön ist, aber wir spielen es in der hochauflösenden Version, die Special Edition, die ja schon 2009 erschienen ist, aber nichtsdestotrotz kann man sich hier immer noch runterladen und da die Xbox Series X ja abwärtskompatibel ist bis sonst wohin, kann man dieses Spiel supergut spielen dort. So, wir ganze gehen wir jetzt heute an und wer bei dieser Musik nicht Gänsehaut bekommt, der ist noch nicht so alt, sagen wir mal so. Gut, wir fangen einfach direkt an. Das Spiel selber an sich hat englische Synchronisation, aber deutsche Texte. Ich probiere, ob die Texte an sind hier, dass wir die auch sehen können. Untertitel sind ein. Genau, wir machen mal Musik ein bisschen runter, Ton ein bisschen runter, die Lautstärke der Sprache lassen wir aber laut. Genau, also das letzte Mal, wo ich Monkey Island 1 gespielt habe, ist tatsächlich ewig her. Das muss 2009 gewesen sein, tatsächlich als die Special Edition rausgekommen ist und die habe ich dann aber auch auf dem, auf dem iPad gespielt, tatsächlich. Gut, wir legen los. Jups, ich schalte nicht aus. Tief in der Karibik, die Insel Mealy Island. Boah, das erinnert mich immer damals, ich habe es auf dem Amiga gespielt damals. Best Game ever auf dem Amiga für mich. Nach Töreur, also ja, doch. Warum da jetzt so schwarze Raben rum sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es das Spiel nicht höher aufgelöst. Ich könnte ja mal hier so ein bisschen etwas größer ziehen. Das mache ich jetzt nochmal. Mal. Mal. Das ist auch gleich schöner so, ne? Gut. Fangen wir direkt an. Ich glaube, das kann wir überspringen hier. Und zack, los geht's. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood, und ich will sein Pirat. Yikes! Nicht auf mich auf so. Um, ich bin hier. Ah, dann, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ich verstehe. So, du willst sein Pirat, eh? Er sieht mehr als ein Pferdungsinspektor aus. Aber wenn du ernsthaft über Piraten bist, sprich mit den Pirat-Leadern zu sprechen. Du findest sie in der Skumbar. Guck, danke. Ich werde das tun. Tschüss, jetzt. Ich bin weg, um meine Furchtunen zu suchen. Gut, Glückwunsch! Wo hast du gesagt, dass die Pirat-Leader waren? Die Skumbar. Ah, right. Thanks. Dann geht's runter. Teil 1. Die 3 Prüfungen. Hoffentlich krieg ich noch alles hin, wie früher, aber es sollte ja nicht möglich sein. Ich glaube, ich bin da relativ entspannt, jo. So. Wenn man will, kann man sich das Ganze auch in der Original-Grafik angucken. Das wird dann so aussehen. Ne, warte. So. Ne. Wo kann man es umändern? Ich guck mal kurz. Hier? Ne. Dann ist das hier. Genau. Uh, oder? Ja, damals hat man so gespielt. Aber wir lassen es in der neuen Grafik. So, wir gucken uns mal das Bild an von der Tante hier. Gouverneurin Mayley. Reelekt Gouverneur Marley. Marley, ganz gut. Wenn es nur ein Kandidat gibt, ist es nur eine Wahl. Ja. So. Die Skumbar liegt gleich hier am Ende. Da. Und es ist auch eine markante Musik da drin. Ja, nein. Diese ganzen Leute kannst du mit allen reden hier. Was schaust du mich für? Ich würde mich gerne vorstellen. Ich heiße Guybrush. Entschuldigung, aber ich suche das Dartbrett. Wo kriege ich hier einen Drink? Einen Drink? Du kannst wartet, dass der Künstler dich zu erkennen ist. Aber das würde all den Tag dauern. Findet den Kuch und schaust ihn in die Kuchze. Das ist das, was wir alle tun. Ich heiße Guybrush. Mein Name ist Guybrush. Ja? Also was? Na gut, lass mich mal. Tschüss. Riech. So. Pass auf. Hier können wir auch so mit dem Hund reden, wenn wir wollen. Typischer Monkey Island Humor. Grr, grr. Und was sagen wir? Grr. Gut, wir gehen mal hier rein. Denn hier sind die Anführer der Piraten. Und die helfen uns dabei. Die sehen eigentlich auch im Original ziemlich cool aus. Guck mal. Na gut. Geh nur mit dem mal. Ich will Pirat werden. Ich will sein Pirat. So, was? Warum wehre uns? Hey, nicht vergessen, dass wir uns kurz auf Hilfe sind, wegen dieser ganzen Schuss-Kuch-Kun. So? So? Keine Piraten bedeutet keine Swag. Und keine Swag bedeutet keine Grog. Und wir sind gefährlich hoch auf Prog. Hast du irgendwelche speziellen Fähigkeiten? Ich kann meine Briefe für 10 Minuten halten. Na gut, aber du bist nicht ein Piraten, nur mit mir zu fragen. Du musst durch die 3 Träume gehen. Welche 3 Träume sind das? Es gibt 3 Träume, die jeder Pirate muss passen. Du musst du die Räume. Und die Kunst der Thieberie. Und die Quest. Was? Schmutzung, du Seeurchen. Genau, du musst dich selbst in alle dieser 3 Räume. Schmutzung, Thieberie und... ...eine... ...eine Schmutzung. Dann zurück mit Prog, dass du es getan hast. Und dann musst du Grog mit uns trinken. GROG! Erzählt mir mehr über die Fächterei. Drei! Zuerst! Schau dir die Fächterei. Du musst die Fächterei suchen und die Fächterei schützen. Naja, jemand in der Stadt kann wahrscheinlich dich richten. Oh! Du willst jemanden finden, die dich erst zu trainieren. Ha! 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 Erzählt mir mehr über die Kunst des Diebstahls. Ha! 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 Die Gäufer hat die Eidle in vielen Händen in einem Display-Case in der Manchen außerhalb der Stadt. Du musst nach den Garten gehen, natürlich. Das schwierige Teil wird wir nach den Garten außerhalb. Ha! Daher ist ein besonders wischösser Wälder. Du kannst dich zu schützen oder etwas zu tun. Okay, nehmen wir was wissen über die Schatz suchen. Tell mir mehr über den Schatzhäden. Die Legendheit hat es, dass es hier ein Schatz ist, hier an der Island. Alles du musst tun, ist, den legendärer Schatz des Melee Islanden zu finden und sie zurück zu bringen. Ich muss hier zurückkommen. Kann ich eine Karte oder etwas? Na ja, du kannst gar nicht erwarten, dass du einen Schatz ohne eine Karte finden kannst. Und nicht vergessen! X merkt diesen Platz! Ha! 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 Okay. Was ist überhaupt drin im Grog? Okay. Kerosene. Propylene glycol. Artificial sweeteners. Sulfuric acid. Rum. Acetone. Red dye number two. Skum. Axel grease. Batterie acid. Und oder pepperoni As you can probably imagine It's one of the most caustic Volatile substances Known to man Arrrr The stuff eats Right through these mugs And the cook is losing a farts And replacing them Okay I'll just be running along now Leave us to our grog Come back later And tell us how you're doing Gut Dann lass uns mal gucken Wir gehen einmal zur Tür Wenn so sie rausgeschmissen ist Weil der Koch da noch drin ist So wir müssen jetzt warten Bis er da rauskommt Und wenn er weg ist Gehen wir hier rein So So dann nehmen wir ein paar Sachen mit hier Ähm Nimm Fleischhofen Wir nehmen auch den Topf da unten mit Oh Nehmen den Topf Gehen wir hier raus Machen die Tür auf So So wir wollen ja diesen Schrimm da haben Aber das können wir machen Indem wir Diese blöde Möwe wegjagen Tipp 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 Wart noch einmal Warte Nein Nein War zu langsam So Haben wir auch genommen Man kann das noch hier reinpacken Wenn man will Müssen wir aber das gar nicht machen Ähm Das ist da oben Der so giftig ist Wie ihr seht Jetzt da wirklich raus Den brauchen wir aber auch nicht Noch nicht Dann werden wir raus So die Zutaten haben wir schon mal Mal gucken Wie kommt man denn Zu seinem Menü Achso Ja okay Man kann jetzt Hinweise Okay Brauchen wir jetzt nicht drauf Gibt die Hinweise Das wusste ich jetzt nicht Dass sie so schnell kommen Okay Ich speichere mal ganz kurz Ach guck mal Der speichert selber Okay Und jetzt müssen wir kurz Gucken Dass wir hier raus gehen Oh Es ist Um es geht Ist auch früher geil Das ist Herr, ich... Es sind Tage wie diese, die Sie glücklich sind, dass Sie sterben sind. Oh, ja, Herr, glücklich sein zu sterben. Sie sind glücklich sein zu sterben, richtig? Oh, ja, Herr. Ich fühle mich so glücklich, dass Sie verabschiedet haben, und mich und alle auf dem Bord. Ja, ja, Herr, glücklich. Glad to hear it. Now, was war es, dass Sie mich verabschiedet haben? Uh, ja, Herr. Well, Sie sehen, wir haben ein Problem auf Melee Island. Problem? Was mögliche Problem könnte es sein? Ich habe diese Piraten so Angst vor dem Meer, sie sind Angst zu nehmen. Well, es gibt einen neuen Piraten in der Stadt. Ja, Herr, er ist ein Piraten wannabe. Junge. Inexperienced. Wahrscheinlich nichts zu beschäftigen. Ich weiß nicht warum ich Sie mit ihm beschäftige. Ich werde ihn sich selbst beschäftigen. Wait! Ich werde das persönlich behandeln. Meine Pläne sind zu wichtig, um sich mit amateurs zu verabschieden. Ja, Herr. Okay, gut. Ich muss auch gucken, wie komme ich denn in mein Menü herein? Okay, das sind die Sachen, die ich machen kann. Das ist auch kein Problem. Aber wie komme ich ins Menü? Also, wo sind die? Warte mal. Ich muss kurz die Steuere angucken. Mach ich kurz einmal! Ööööööööööööööööäh, Öööööööööööööööööööööööööööööö yangچ 같atschalten, Inventar aufrufen. Rechter Schalter. Okay. Ah, okay. Perfekt. Okay, gut. Gut, dann lassen wir hier links gehen. Hoffentlich weiß ich noch alles. Bin mal gespannt. Oh ja. Er ist ganz cool. Er verkauft uns nämlich eine Karte. Aber leider haben wir noch nicht genug Geld. Wir können nicht reden. Nein, aber ich habe einen Friseur namens Dominique. Äh, ich habe nicht genug Geld. Gut, dann können wir noch nichts machen. Wir können hier hingehen. Hier sind die Drocken. Hey, nicht mit meinem Rat. Ich sagte, nicht den Rat. Ich werde dich nicht wieder warnen. Nochmal, der gern? Hey, Mann. Frank, mach ihn quittet. Oh. Komm, wir reden. Entschuldige das mit der Ratte. Ja, ich liebe Ratten. Sieht auch lustig aus. So ein Original. Guck mal. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Ich dachte, es war Rats. Kennt ihr Jungs diesen seltenen Kerl auf einer Straßenseite? Ja, ich weiß nicht, der lustigartige Mann auf der Opposite Körner? Wollen Sie kaufen eine Karte, ey? Unsere Karte sind die Karte top-qualität. Nicht wie die Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte. Willst du einen? Kannst du Skyless aber... Ne, sagen wir nicht, weil ich... Nein, aber wenn ihr mir zwei Kolsch gegeben würdet... Nein, aber ich nehme einen, wenn ihr mir zwei Karte gegeben würdet. Okay, das ist fair. Sagen wir, seid die Jungs Piraten? Sag mal, seid ihr Piraten? Nein, wir sind eine wandernende Circus-Truppe. Aber ein Idiot hat unseren Train sofort weg. Schau mal! Warum steht ihr hier rum und seid nicht auf dem Schiff? Rauben, Plündern, Brandschatzen und so. Well, Pirating hasn't been panning out so well for us. There are some unnaturally talented Pirates in the area right now. Operating out of Monkey Island. So we've been pursuing alternate means of self-support. We're trying to start up a circus. It was working out well. Until the rat scared off the elephant. And now some jerk scared off the rat. Now you've depressed us. Go home. Gut, aber das Lustige ist, guck mal, wir haben zwei Goldmünzen bekommen und dieses Protokoll. Das ist schon wieder lustig, oder? So, gehen wir mal hier rein. Das ist der Voodoo-Shop, glaube ich. Kann man nicht so viel machen, aber sie kann uns ein bisschen was für die Zukunft sagen. Ne, was auf, bevor wir das machen, gucken wir uns das Huhn hier an. Hm. Ein rubberer Chicken mit einem Pulli in der Mitte. Was möglicherweise benutzt könnte das haben? Nehmen wir mit. Vielleicht wird niemand nur das eine Sache missen. Oder ein kleines Ding. Whatever it was. What may I help you with, son? Ich heiße Guybrush-Schwiewert und ich bin ein Pirat. Wait. Don't say anything. I can sense your name is, is Guybrush. Guybrush knows hair. No. Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Stark. Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. Ähm, wie viel für dieses witzige Hühnchen? Ah, I sense the guilt of stealing my chicken grows. Take it. It's yours. Yay. Why don't you want it? Is it jinxed with an ancient voodoo-Kurs? No. The Pulli squeaks. Lesen Sie aus der Hand. Werde ich steinreich? So. My mind-reading skills. Tell me. It is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Ja, alles. Tell me everything that's gonna happen to me. I am getting a vision. Ooh. I see you taking a voyage. A long voyage. I see you captaining a sheep. Yeah. I see. What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see you inside the giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. Ooh. Yikes. Coole Trick. Gut. Gehen wir raus. Das war's auch schon. Das Gubbelhuhn ist noch ganz wichtig für uns. Das wird uns noch nutzen mit diesem Haken. So, man könnte jetzt die ganzen anderen Türen hier noch durchgehen. Also, wir können mal rüber gehen. Pass mal auf. Da zum Beispiel. Das bringt uns aber nicht so weiter, denn das ist einfach nur so eine Tricktür. Da kommen wir dann irgendwo raus. Das findet Ron Gilbert immer sehr lustig. Falls ihr Simple Weed Park gespielt habt, dann kennt ihr das auch schon mit den Türen hier. Auch ein fantastisches Spiel, was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. So, wir gehen mal weiter und erkunden weiter. Mealy Island. So, hier ist ein Händler. Den können wir auch mal besuchen. So, da ist der Händler. Der sieht ganz geil aus im Original. Also, man sieht schon, dass es schon krass dicht dran am Original ist, ne? So. Reden wir mit ihm doch mal. Was willst du? Ich suche den Schwertmeister von Mealy Island. Ich suche den Schwertmeister von Mealy Island. Der Schwertmeister von Mealy Island? Hmm. Jetzt, ich weiß nicht. Oh. See, nobody knows the whereabouts of her secret hideout. Nobody except me. Oh. Natürlich nicht. So, er ist jetzt weg. Es dauert ein bisschen, bis er wiederkommt. Aber wir können jetzt auf jeden Fall hier mal zum Schwert gehen. Können wir aber nicht nehmen, meine ich. Das geht nicht. So, wir können auch hier oben noch mal die Schaufel nehmen. So. Oh, das war's. Gut, dann gehen wir jetzt direkt hier raus. Schaut, dass hier irgendwas drauf stehen. Okay. Wir gehen hier raus. Machen wir ab. Oh. Mist. Wegen diesem Schwert. Was ist damit? Ich will es. Wie hoch ist der Preis? Ich hab nicht noch Geld. Hm, die Schaufel geben wir da auch nicht. Ja, was ist das? Wie viel ist das? Oh, ein anderer würde-beer Schaufelhunter, eh? Das kostet dir 75 Stück von 8. So, will ich nicht. Ich will es nicht. Dann gehst du es zurück. Gut. Jetzt müssen wir jetzt mal schon Geld verdienen gleich. Das können wir auch ganz easy peasy. Zeig dir gleich. Dumm, 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 dumm. Ist das hier etwas, das vielleicht nicht man kann? Nö. Ich glaube, ich würde einfach nur, zu suchen. Okay. Warte mal, wenn du etwas brauchst. So, jetzt gehen wir raus. So. Na ja, er geht aber wieder. Oh, das ist interessant. Well, see ya. Now, why are you in such a hurry? I'd better get your name. Ich bin ein Mächtiger berat. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Scheintop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Oh, a circus. I love a circus. Gut, gehen wir raus. So, in der Kirche können wir noch nicht so viel machen. Dafür können wir hier drin aber was erfahren. So, irgendwann mal reden. You gotta get me out of here. I'm a victim of society. Not to mention halitosis. Ugh. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Talk to death breath. Achso. Gut, da brauchen wir erstmal Minzbabons für. So, dann gehen wir hier links. So, hier geht's hoch zur Bürgermeisterin von Melee Island. Dann kommen wir nicht da ganz einfach hin, denn uns versperren diese süßen Köter, wie man sieht, den Weg. Also brauchen wir gar nicht versuchen, können wir dafür zurückgehen. Hier kann man sonst nichts machen. Dann gehen wir zurück. So, das ist tatsächlich bei den neuen Spielen besser gelöst, dass man direkt auf die Oberkarte gehen kann. Das kann man hier leider nicht. Das macht auch nichts. So. Wir gehen auch hier durch, diese Tüche, wir gehen auch hier längs, nie vorbei. Wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, wir brauchen Geld. Und das holen wir uns jetzt auch. Wir müssen jetzt wieder hoch zum Ausguck, zu dem alten Opa, mit dem wir am Anfang geredet haben. Das finden wir auch wieder. Das ist nicht so weit weg. Uh, das ist ein schöner Mond eigentlich. Also, warte mal. Kann ich sie auch nehmen, das Plakat? I can't pick that up. Nee. Okay. Gehen wir hier raus. Wieder hoch zum Telsvorsprung. Gehen wir hier hin. Zum Pfad. Und dann sehen wir die Insel von oben jetzt. So. Jetzt kann man sehen, wo wir überall hin können. Also das hier ist zum Beispiel unten der Hafen. Hier sind wir gerade. Und wir gehen jetzt erst mal zu all diese Stellen ab, die wir hier finden. Gehen wir hier zu dieser Lichtung. Was ist denn da? Ah, hier können wir Geld verdienen. Denn hier ist der Zirkus der Zwillinge. Sieht im Original auch ziemlich cool aus eigentlich. Und die Beine. Ich kann es nicht tun. Ich habe meine Hand in den Leinen die letzte Woche gesehen. Ich denke, dass ein kleiner Blatt mit meiner chronischen Allergien verhältst. Du gehst im Cannon. Du hast keine Allergien, ihr Faker. Du gehst im Cannon. Nein, du gehst im Cannon. Nein, du gehst im Cannon. Slacker. Lose. Raffian. 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 Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Ja, Herr, sohn. Wie würde dir die Chance haben? Eine Once in a lifetime Chance. Die Chance für eine fantastische Feet. Eine Deathdefine Feet. Na, nicht so Deathdefine, wirklich. Na,危险 ist ein Feet. Nein, nicht so危险. Ein Easy Feet. Ahaha See that cannon over there? All you have to do Is get in the cannon And we'll shoot you out of it Wie viel zahlt ihr mir denn? Das klingt gut. Natürlich habe ich einen Helm. Wir wollen sicher sein, dass es sicher ist. Ich will nicht, dass du es heutzutage möchtest. Nein, Herr Eif! Ich kann es nicht. Ich habe einen Helm. Echo! Echo! Es funktioniert! Oh, ich bin sorry. Hey, bist du okay? Ich bin Bobbin. Wo ist meine Mama? Ich bin Bobbin. Bist du meine Mutter? Es ist alles klar! Hooray! Wir haben einen schrecklichen und finanziell abhängigungsvollen Verlust. Hier ist dein Geld, Herr. Nur eine Recompense, um uns zu helfen. Die grundsätzliche Theorie ist 5. Wir müssen nur die Ziel ein bisschen ändern. Ich versuche es nächstes. Nein, ich versuche es nächstes. Nicht ich! Nicht ich! Schlacker! Loser! Ruffian! Fop! So, das war's. Jetzt haben wir 480 Goldstücke. Da können wir uns das Schwert verkaufen. Die Schaufel, die wir zum Ausgraben des Schatzes brauchen. Das Schwert brauchen wir zum Kämpfen. Und dann können wir uns noch eine Karte kaufen. Also wir können schon ein paar Sachen kaufen. So, hier können wir auch hingehen. Hier ist eine kleine Brücke. Da werden wir gleich aufgehalten. Das macht aber nichts. Wir machen es trotzdem mal. Los geht's. Oh, ein verrückter Troll. Stopp! Du musst einen Troll bezahlen. Zur Seite, Troll! Ich bin ein mächtiger Pirat! Bleib auf, Troll! Ich bin ein mächtiger Pirat. Du bist kein Pirat. Die Stadt, der krank, könnte dich auf seine Beine besuchen. Und wahrscheinlich würde. Steck es in deinem Ohr, du grünen, grünen, grünen Grub. Ähm, äh, äh, äh... Wicht hier, Katschelbrief. None shall pass. None shall pass. Gib! None shall pass. None shall pass. Ah, a red herring. Pass. So. So, jetzt können wir hier hingehen. Jetzt treffen wir erst mal Stan. Den alten Händler. Ja. So, kann man hier noch gehen? Die können wir leider jetzt noch nicht benutzen, großartig. Wir gehen gehen. Dann gehen gehen. Ja und? Ist er in seinem Häuschen? Oder steht er da drauf? Nein, es ist nichts Besonderes. Willkommen zu Stan's previously owned Vessels. Ich schaue die Welt gerade jetzt für die feinste und previously owned Marien-Transportation. Schau mal, ich bin gleich zurück. Der trainiert uns nachher beim Schwertkampf. Allerdings haben wir ja noch kein Schwert. Ich denke, ich klinge. Es wäre nur politisch. Was willst du, du wimpy little spineless Maggot? Können Sie mich trainieren, den Schwertraum zu besiegen? Besser als der Schwertraum? Besser? Du? Hahaha! Du kannst nie einmal sein halv der Schwertraum, die Karla ist. Selbst mit Stunden hartes Arbeit und Blut. Ich erinnere mich mit Karla zu kämpfen, in Port Royal. Die konstablerische Stabilität hat uns geholfen. Es sah wie wir es geschafft haben, aber dann hat sie gesagt... Aber ich gehe. Du hast nur was es braucht. Du hast immer was es braucht. Du hast nicht! Du hast nicht! Du hast nicht! Du hast nicht! Ich mag deinen Gehirn. Ich mache was ich kann. Natürlich wird es kostet. Hast du gesehen mein Zeichen? Ich habe meistens 30 Stück von 8 für eine große Arbeit, wie dieser. Was hast du? Das haben wir doch. Ich habe noch 30 Stück von 8. Sag nicht mehr, sag nicht mehr. Lass uns deine Schwertraum sehen. Ich glaube, ich habe vergessen, einen zu kaufen. Ich sage, dass du deinen Sorry-Butt in den Shop und einen zu kaufen. Ich kaufe einen. Ich bin nicht in dem Habit, die Schwertraum für die Studenten zu kaufen. Okay. Dann lassen wir uns das Schwert mal kaufen und gleichzeitig auch die Schaufel. zack. Die Orginellen sehen so aus. Ich glaube, es besteht galbisch aus 3-4 Pixeln. Die Karte von dem Typen kauft man tatsächlich auch. Selbst wenn der eigentlich, muss man sagen, unwichtig ist und die Karte nicht wirklich was zeigt, brauchen wir diese Karte trotzdem, um überhaupt in den Wald reinzukommen. Entschuldigung, aber du... Jetzt ist es nur du wieder. Ich nehme sie. Gib uns das Geschenk ab. Ich nehme sie. Gib uns das Geschenk ab. Es wird ein sehr gutes Geschenk ab. Hier geht's. Du hast eine wiese Entscheidung gemacht. Jetzt bin ich. Jetzt haben wir weniger Geld, wie man sieht. Jetzt haben wir nur noch 300. Aber das macht nichts. Jetzt müssen wir noch das Schwert und die... Ähm... ...die... ...die... ...das Schwert... ...und die Schaufel kaufen. Hey! Woher gehst du? Ich hieke halbwegs über die Isle, um zu versuchen, dass du eine Reservation mit dem Schwert zu bekommen. Slashmaster. Wenn du eine Schwert möchtest, ist es so scharf wie dein Wett. Und wenn ich zurückkomme... Pfff! Du bist weg! Mal sehen, ob ich dir wieder ein Fehler mache. Ach. Wärst du sowieso. Also... ...der geht immer wieder los und sucht diese... ...Piratentante... ...wieg dir ein Schwert. Ja, was ist es? Ich will es. Great! Bestes 100 Stückchen von Eid, die du schon gespandt hast. Was anderes willst du? So diese Schuvel. Ja, was ist es? Ich will es. Ich könnte einen Pfefferminkel brauchen. Ich könnte einen Pfefferminkel brauchen. Ich könnte einen Pfefferminkel brauchen. Das wird ein Stück von Eid. Was anderes willst du? Gar nichts. Ich denke, ich würde einfach mal suchen. Okay. Lass mich auf, wenn du nichts brauchst. Was? Ja, es ist ein Stück von Eid. Aber jetzt machen wir das. Ne, machen wir ja nachher. So jetzt gehen wir einmal rüber und sprechen mit dem Typen im Gefängnis. Denn jetzt haben wir einen Pfefferminzbonbon und können mit ihm reden. Was wir vorher noch nicht konnten. Jetzt können wir das. So. Gib Pfeffermint an Gefangenen. Oh, Kragomint. Wie refreshing. Danke. Also, kamst du, mich zu verlassen? Wer sind Sie? Wie bist du? Mein Name ist Ores. Zumindest, glaube ich, es ist. Ich war hier so lange, ich kann es gar nicht mehr erinnern. Du musst mich wegziehen, bevor ich meine Meinung komplett verliere. Kannst du sehen? Ich bin innozentig. Warum sitzt du denn in Unschuld, wenn du innozentig bist? Ich war gefeiert. Ich habe nicht die stupenden Blumen. Was für Blumen? Die Jell-O-Konisch-In-Dormi-Flower-In-The-Forrest. Es ist gegen die Leute, die zu holen. Wie ist das ein Knast? Oh, wie ist das in den Blumen? Oh, du wißt du, wie normalerweise. Slot, grog, gruel, ratz, boge, und bodylifte, wenn ich sie kann. Ich habe eine Karakage, die meine Tilly machte. Der ist ja lieber eine Ratte, als ein Kuchen. Ist ja ekelhaft. Also, wer wollte dich reinlegen? Woher wollte ich dich beschweren? Ich weiß nicht, wer genau. Ich glaube, es war eine Konzpiraatung. Und wenn es ein Typ von Piratung ich nicht mag, ist es Konzpiraatung. Der Schreif Scheintopf ist sicher ein Kerl, nicht wahr? Keine Worte. Der Schreif Scheintopf ist der schlimmste Mann auf der Melee-Iland. Glückwunsch, der Gouverneur hält ihn in checken meistens der Zeit. Wir haben immer ein fairer, decenter Mann für ein Schreif, aber er hat vor kurzem sterben unter mysteriösen circumstances. Wenn du mich fragen hast, ich denke, der neue Schreif hat etwas zu tun. Ich denke, du hast genug gesagt, Otis. Oh. Oops. Ich hoffe, du hast nicht diesen schrecklichen Vagrant zu sehr ernst genommen. Er würde sagen, nichts, um zu vermeiden zu bezahlen, seine Schulden zu der Gesellschaft. Hmm. Entschuldigen Sie, wir führen ein Privatgespräch. Wherever you go on Melee, I'll be watching. And if you try any monkey business, you'll end up in here for good. Man, is he a pill or what? You see what I have to put up with? You better go before you get us both in trouble. Look, I like visitors and everything, but I don't have much more to say. Plus, my throat's getting dry from all this talking. Why don't you go find someone else to talk to? It's not like I'm the only pirate left on the island or anything. Gut, dann gehen wir raus. Und jetzt gehen wir zurück. Jetzt müssen wir wieder in den Wald hinein, sozusagen. Von oben. Wenn wir uns jetzt die Karte mal angucken hier, die wir bekommen haben. Nein, du sollst nicht öffnen, du sollst es anschauen, untersuchen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist kein Karte. Es sieht aus wie... Tanzschritte. Da. Zurück. Zwei, drei, vier. Links, rechts. Links, rechts, zurück. Rechts, links. Das brauchen wir, um... Ich zeige euch gleich, wofür wir das brauchen. So, jetzt holen wir uns den Schatz. Ist auch gar nicht so schwierig. Finden wir ja recht schnell. Zurück gehen hier. Da hoch. So, hier gibt es das Engbogen. Hier gibt es die Gabelung. Das ist der Zerkus. Zur Insel eiern wir jetzt. Da können wir auch was machen. Und zwar können wir da mal rüberflattern. So, wir kommen da rüber. Wir gehen hier hoch. Und jetzt kommt es als Gummihuhn zugute. Nämlich... Wo wollen wir denn hier benutzen? Na gut. Gibt es da keinen Benutzer? Da benutze. Kabel. Wuii. Können wir den Gummihuhn rüber eiern. So, dann können wir jetzt hier gehen zum Haus. Aber über den sind wir jetzt auch schon mal geredet. Öffne ich die Tür. Ich bin ein Pirat. Kanonkulikopft, wer bist du? Ich bin ein Pirat, Kanonball-Head. Wer bist du? Mein Name ist Meat Hook. Und ich denke, du hast ein bisschen ein Problem von Attitude. Ich bin sorry. Ich wollte dich nicht nennen, Kanonball-Head. Das ist okay. Ich würde lieber eine Kanonball-Head haben, als ein Pony-Tail. Ja, bitte, ich will was sehen, Mr. Meat. Ja, bitte, ich will was sehen, Mr. Meat. Gut, jetzt gehen wir raus. Ich habe nur gedacht, dass es das falsche Haus ist. Oh, okay. Hab einen schönen Tag auf Melee-Island. Sag auf Wiedersehen, Roger. Auf Wiedersehen, Roger! Wow, es funktioniert both ways. That's some chicken. So, und raus hier. Da, geht zur Fahrt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Typen hier im Haus. Und dann können wir mit ihm ein paar Schwertkämpfe machen. Weil wir haben jetzt das Schwert. Was natürlich sehr praktisch ist für uns. Oh, du kannst auch schneller. So. Was ist das? Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. So. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this lechuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is going to take some special measures. Just want you to know. I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lengths. I'm going to put you up against the machine 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 is going to hurt. I'm going to keep going. Come at me. Don't be afraid. You won't hurt me. Advance thrust. Recovery. Perry. Repulse. No. Höhö. Lange! Use your forte! ...Fans, thrust, recover, parry, riposte! Hör später... ...You're starting to get the hang of it. ...More hours later... ...Not bad! You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of swordfighting. Swordfighting is kinda like making love. Es ist nicht immer das, was man tun, sondern was man sagen. Any fool Pirate kann mit einem Schrappchen Schrappchen und versuchen, etwas zu cutten. Aber die Profis... sie wissen nur, wie zu cutten ihren Schrappchen mit einem Schrappchen. Die, die ihn aus der Garten. Siehst du, Junge? Deine Wicht muss sich so schrappchen als deine Schrappchen. Wir versuchen ein paar Schrappchen. Okay. Imagine das. Wir kämpfen über einen Sturm. Just wie Carla und ich waren in Port Royal. Es gibt einen dreckigen Schrappchen. Und ich sage dir... Du kämpfst wie ein Schrappchen. Du antwortest mit? Ja, ich habe noch keine Antwort dafür. So ist deine Mutter. Ich kann sehen, wir haben hier viel Arbeit zu tun. Du bist hier. Du solltest du mit etwas wie... Wie verwendet, du kämpfst wie eine Schrappchen. Du siehst? Es ist eine Schrappchen Schrappchen wie das, die gewinnen. Sie kämpfst wie eine Schrappchen. Wir versuchen ein anderes. Imagine das. Du bist gegen eine Schrappchen. Mein Schrappchen hat nur zwei Schrappchen in deinem Gesicht. Ich sage... Ich sage... Du schrappst wie ein Schrappchen. Siehst du? Schrappchen. Jetzt. Ich sage dir, du gehst da raus und ein paar Schrappchen lernen. Ich kann es nicht helfen, aber fühle mich, dass ich ausgelöst wurde. Ich bin sicher, dass du etwas ähnliches fühlst. Mal gucken, ob wir jemanden finden, der auf dem Weg ist bei uns. Da. Okay, jetzt können wir auch schon machen. Das ist nämlich die Gabelung. Ich gehe noch kurz zurück. Ist das die Gabelung hier? Ja, genau. So, jetzt kommen wir unsere Karte raus. Und schauen uns die noch kurz an. Also, da steht drin. Zurück. Rechts. Zurück. Ah, sei verkehrt. Gehen wir einmal rein. So. Die Dinger können wir schon mal mitnehmen. Mein, was ein ungewöhnlich breites Yellow sie sind. Ja. Ich habe bereits einen bekommen. So. Wir lassen uns erst mal gegen die Piraten kämpfen, bevor wir jetzt diesen Schatz rausholen. Da. Gehen wir aus dem Weg, oder ich kenne meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bekommst du zu sterben. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oh, jetzt gehen wir einen Schritt zurück, weil jetzt hat er das Bessere gesagt. Jetzt sagt er was. Ich schau, oder? Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ah, guck mal, da haben wir die Antwort, haben wir davon. Und so können wir nach und nach die Antworten und die Antworten bekommen. Pass mal auf. Ähm. Okay, machen wir das auch. Oh. Oh. Verloren. So. Und den nächsten Piraten. Geh aus dem Weg, oder ich kenne meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bekommst du, zu sterben? Geh aus dem Weg, oder? Bekommst du noch die Bauer? Habt ihr einen, zu kaufen? Sie haben die Bauer zu kaufen. Sie haben die Bauer der Bauer. Oh, ja? Die Bauer. Und die Bauer. Oh, ja. Die Bauer. Ich hab' die Bauer. Das war's. Sollte. Du kämpfst wie eine Wälder. Du nimmst dich ein Pirat? Ich bin zufrieden. Du hast sogar versucht, diesen Insult auf mich zu tun. Yikes, ein guter Bewegung. Ja. Du bist gefährlich für deine Hälfte. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Du hast die Meinung nach Petlas. Ich wollte sicher, dass du dich mit mir fühlst. Ich habe mit Hälften gesprochen, mehr Polite als du. Ich wollte sicher, dass du dich mit mir fühlst. Mein Handkerchief wird dein Blut verbreiten. Erstens stoppst du es wie ein Featherduster. Was willst du, du scheinbarer Lieber? Deckschrubber. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Mein Handkerchief wird dein Blut verbreiten. Oh, ja. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da hat er keine Antwort drauf. Ich kenne einige Affen, die er mehr drauf hat. Ich kenne mich mit Hälften, mehr Polite als du. Ich bin froh, dass du dich auf deine Familie verbreiten hast. Ach, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Wo schnell geht das? Stopping a pirate can be dangerous to your health. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Das ist der Ende für dich, du gutterkrawlinger Kerr. Ich bin froh, ich bin froh. Oh, da hat kein Wort drauf. Einen Hund müssen wir noch haben, ne? Ich habe mal einen Hund, der besser als du war. Ich bin Rohr, du bist Glüh. Okay, haben wir noch irgendwas? Ich habe mit Hälften mehr Polite als du gesprochen. Ich bin froh, ich bin froh. 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 In den nächsten Kämpfen. Was willst du denn, du skurvielubber? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Das ist der Ende für dich, du gutterkrawlinger Kerr. Und ich habe einen kleinen Tipp für dich. Du hast den Punkt. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Oh, witzig. Ich wollte sicher, dass du mit mir gefühlt fühlst. Du machst mich wie ein Puck. Oh, ja? Ja? Okay. Die Antworten haben wir noch nicht. Schau, ich habe einen dreieckigen Monk. So, das machen wir jetzt die ganze Zeit so, bis die kommen und sonst... Ähm, bis wir die alle besiegen können. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Und, prepare to die. My handkerchief will wipe up your blood. I am rubber, you are glue. Hmm. Hm. Ich habe zuerst einen Hund, der smarter als du war. Ich bin schief. Ich bin schief. Okay. Hat da auch keiner Wort drauf? Oh, du machst mich nicht schief. Du machst mich nicht schief. Du machst mich, dass jemand schon tot ist. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Oh, ja? Ja? Soon, du wirst mein Kugel wie ein Shish-Kabab mitbekommen. Da. Erstens, du wirst es aufhören, wie ein Featherduster zu wagen. Ich verabschiede. Du wirst... Da gibst du auf, du Affe. So. Und schneid dir durch. Los geht's. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Hmm. My handkerchief will wipe up your blood. Oh, yeah? Ja? I once owned a dog that was smarter than you. Oh, yeah? Okay, schade. Ich brauche die Antworten, Leute. Oh, nein, das hatte ich schon mal. Ich bin Kugel, du bist Kugel. Okay, das war's. Wow! Du bist gut genug, um den Kugelmeister zu kämpfen. Na, wir haben leider uns finden und ein paar Antworten. Sie können noch nicht gegen die Kämpfe. Or I cutch my way through. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. My handkerchief will wipe up your blood. Oh, yeah? I once owned a dog that was smarter than you. Oh, yeah? Oh, man. Das sind das für Flaschen, die wir jetzt gerade hier haben. Keine Worte beschreiben, die Hässlichkeit. Es gibt keine Worte, für wie schrecklich du bist. Ja, es gibt. Du hast sie einfach nie gelernt. Oh, das war gut. Du bist kein Worte für mein Gehirn, du verehrer Mensch. Ich schaue. Ich schaue. Ich werde nicht deine Inseln nehmen und sitze. Oh, ja? So, wieder ein paar neue Dinge dabei. Das sind richtig viele, wie man sieht. Aber jetzt werden wir noch ein paar lernen wieder. Geh raus, oder ich schaue meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um sterben. Mein Handkerchief wird dein Blut entfernen. Also, du hast den Job als Janitor nach oben gefunden. Mein Handkerchief wird dein Blut entfernen. Also, du hast den Job als Janitor nach oben gefunden. Also, du hast den Job als Janitor nach oben gefunden. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Okay. Das ist der Ende für dich, du. Du hast einen schlauenden Kerl. Und ich habe einen kleinen Tipp für dich. Bekommst du den Punkt? Wow! Du bist gut genug, um den Schlauern zu kämpfen, Herr Master. Nein, eben noch nicht. Ja. Nein, ich schlau mich. Du bist gut genug, dein Schlauern zu kämpfen. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich habe einen Schlauern zu nehmen. Ich habe einen Schlauern, der du schlauern zu haben. Er muss dir alles, was du weißt. Du machst mich, dass jemand das schon gemacht hat. Du machst mich, dass ich das gleiche sehe. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht fragen. Ich werde nicht deine Insolence abschalten. Ich schaue, ich schaue. Wow, du bist gut genug, um den Pferdmeister zu kämpfen. Verhalten zu einem Pferd kann gefährlich sein. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich werde nicht deine Insolence abschalten. Okay. Das ist der Ende für dich. Du musst dich schlauern, Kerr. Und ich habe ein bisschen Tipp für dich. Entschuldigung? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Du hast den Pferd. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Du fühlst mich mit mir. Du fühlst mich mit mir. So, ein Kampf machen wir noch hier. Und dann ist Schluss. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bevor das zu sterben, um zu sterben zu sterben. Hast du noch zu sterben, die Schnauze zu tragen? Warum wollte ich einen kaufen? Ich habe gehört, dass du ein schlauersprachst. Und ich habe ein bisschen Tipp für dich. Du verstehst den Punkt? Ich habe mit Apes mehr politisch gesprochen, als du. Ich bin glücklich zu hören, dass du deine Familienreinigung geholfen hast. Oh, du machst mich zu spüren. Du machst mich denken, dass jemand schon tot ist. Yikes. Sein Spruch wollen wir noch lernen. Oder einer muss den uns beibringen. Was soll er wollen, du schuldige Lieber? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit um zu sterben. Da. Ich habe gehört, dass du ein schuldigartiger bist. Oh, ja? Jetzt kommt er nicht. Mein Handwerker wird dein Blut verbreiten. Ich bin Schraub, du bist Glüh. Ich habe mal einen Kog, der größer als du war. Er muss dich beobachten, alles, was du weißt. Ich habe diesen Schraub auf meinem Gesicht bekommen, während einer schuldigen Struggle. Okay. Also, du hast den Job als Janitor, nachher. Ich habe damals ein Kog, der besser als du war. Er muss dir alles, was du wissen hast. Ich bin Schraub. Ich bin Schraub. Ich bin Schraub. Es ist ein Schraub. Geh raus! Oder ich schraube mich durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit um zu sterben. Ich bin Schraub. Ich habe diesen Schraub auf meinem Gesicht, während einer schuldigen Struggle. Oh, ja? Hier! Ich habe gehört, du warst ein schuldiges Schraub. Sehr schlecht, dass niemand von dir überhaupt gehört hat. Ich habe mit Apen mehr komplexer als du gesprochen. Ich bin froh, dass du deine Familie mitgebracht hast. Ich habe mal einen Kog, der besser als du war. Oh, ja? Oh, ja? Wow! Du bist gut genug, um den Schraub zu kämpfen, Herr Master. Geh raus, oder ich klicke meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit um zu sterben. Ich habe diesen Schraub auf meinem Gesicht, während einer schuldigen Struggle. Ich hoffe, dass du jetzt gelernt hast, zu stoppen zu spüren. Ich habe mit Apen mehr komplexer als du. Ich bin froh, dass du deine Familie mitgebracht hast. Ich bin froh, dass du deine Familie mitgebracht hast. Ich habe einmal einen Kog, der besser als du warst. Oh, ja? Ich bin froh. Du machst mich zu spüren. Du machst mich zu denken, dass jemand schon wieder ist. Du kämpfst wie ein Dairy-Farmer. Du kämpfst wie ein Dairy-Farmer. So. Wir können den Schwertmaßler natürlich angehen. Übrigens sind sie zu viel. Ich muss kurz einmal zur Gabel umgehen. Das muss man da durchgehen. Guck nochmal hier rauf. Zurück. Zwei, drei, vier. Links, rechts. Links, rechts. Zurück. Links, rechts. Zurück. Also erstmal zurück. Links, rechts. Zurück müsste ja hier sein. Ah, warte mal. Jetzt weiß ich wieder, okay. Zurück. Links. Rechts. Dann. Wir müssen mal rausgehen. Warte, wir müssen rausgehen nochmal. Dann verlaufen wir uns hier komplett. Oh, jetzt müssen sie wieder rauskommen hier. So, hier ist Milly Island und hier ist das X. Das können wir mit unserer Schaufel benutzen. Das sollte nicht zu lange dauern. Stunden passen. Hey, ich denke, ich habe etwas getroffen. Oh, Mann. Das ist ein T-Shirt. Nicht meine Größe, aber auch ein schönes. Nun, ich glaube, ich sollte jetzt alles das Dürr zurücklegen. Mehr Stunden passen. So, jetzt sind wir hier draußen. Noch kurz kämpfen. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit zu sterben. Ich habe das Schraub auf meinem Gesicht. Ich habe das Schraub auf meinem Gesicht. Ich habe das Schraub auf meinem Gesicht. Ich hoffe, dass du jetzt lernenst, zu stoppen mit deinen Nösen. Ich habe das Schraub auf meinem Gesicht. 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 Dich habe das Schraub auf. Das Schraub auf dem Weg. Das Schraub auf meinem Gesicht. Das Schraub auf dem Weg. So, den Schwertmeister können wir jetzt auf jeden Fall antreten, aber dafür müssen wir hier hin, in den Dorf rein und müssen diesen Verkäufer fragen, ob er uns da hinbringen kann, beziehungsweise ob er uns nochmal zum Schwertmeister geht, damit wir wieder reden können. Wollen wir hier hinlegen? Komm, go, go, go! So, jetzt gehen wir hinter ihm her. So, dann haben wir gesehen, er geht raus, wir gehen hinterher. So, jetzt gehen wir hin. Gehen wir mal hin. Sie müssen gleich folgen. Gehen wir weiter her. Erkennt ihr den Weg zu ihr? Wir natürlich nicht. Das wissen wir jetzt auch gleich. Da ist die Schwertmeisterin. Ich würde einfach bleiben hier und eavesdrop. Hallo wieder, Carla. Ich dachte, ich habe gesagt, dass du dich verletzt hast. Ich bin hier im Geschäft. Dieser Kind kommt in meine store. Ich bin hier im Geschäft. So, und wir gehen jetzt direkt zu ihr hin und schnacken mit ihr. Okay, sie sagt andere Sprüche, als die wir kennen. Man muss ein bisschen auffassen, dass es passt. Also, jetzt, da würde, glaube ich, passen mit dem Nase bohren. Ich hoffe, jetzt hast du gelernt, zu stoppen, deinen Nase zu spüren. Wenn alle Männer so, dann heirate ich ein Schwein. Oh, was kann man da denn sagen? You make me think somebody already did. My wisest enemies run away at the first sight of me. Oh, was kann man da denn sagen? Ach, das ist das verkehrt. Oh, oh. Oh nein, auf geht's, was ich denn da sagen soll. Ich habe das Geschick eines echten Meisters. So, du hast den Job als Janitor, nachher alles. Oh, oh. Den haben wir verloren. You are a pain in the backside, Sir. Dein verbogenes Schwert wird mich nicht berühren. Ah, das war ein guter Spruch. Ich sehe, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Nein, bestimmt das Familientreffen, ne? So, aber bestimmt das Familientreffen. Mein Name wird in jeder drei gegen Echte gefürchtet. So, du hast den Job als Janitor, nachher alles. Es gibt keine Finden mehr, die dir helfen. Es gibt keine Finden mehr, die dir helfen. Und ich habe ein kleines Tipp für dich. Du hast den Punkt. Oh. Onkel, Onkel! Ich hoffe, das wird dir eine Laufzeichen teachen. Jetzt schrauben. Okay, wir können sie auf jeden Fall besiegen. Das müssen wir doch mal machen. Pass mal auf. Was hier? Ich bin zurück, Mann, Junge. Du bist dieses Mal in diesem Fall. Lass uns das mitbekommen. Ich hoffe, dass du ein Boot bereit hast, um einen schnellen Erinnerung zu können. Wieso? Wolltest du einen? Meine wüsste Gegner rennen weg, sie wollen sich das erste Mal sehen. Vielleicht fehlen mir noch ein, zwei Sachen hier, ne? Sobald sie mich sehen. Ich wollte sicher, dass du mich mit mir gefühlt fühlst. Meine Zunge ist scharfer als jedes Schwert. Okay, das wahrscheinlich hier macht er nicht rum wie mit einem Stauwedel. Erstens stoppst du es wie ein Featherduster. Jetzt weiß ich, was Filz und Stupide wirklich sind. Ich wollte sicher, dass du dich mit mir gefühlt fühlst. Das ist dumm. Mein letzter Kampf endete mit meinen Händen mit Blut. Ich hoffe, dass du jetzt aufhörst, dass du deinen Nacken aufhörst. Jedes Wort, das du mir sagst, ist dumm. Ich wollte, dass du dich mit mir gefühlt fühlst. Ich wollte sicher, dass du mich mit mir gefühlt fühlst. Genau. Niemand wird sehen, dass ich so schlimm kämpfe wie du. Niemand wird sehen, dass ich so schlimm kämpfe wie du. Niemand hat von dir gehört. Niemand hat von dir gehört. Niemand hat von dir gehört. Ich werde jeden Fall von deinem Körper aus dem Körper schlafen. Wie passend, du kämpfst dir eine Kuh. Wie verwendet. Du kämpfst wie eine Kuh. Ich verabschiede. Ich verabschiede. Du wirst gewinnen. Na gut, ich hoffe, dass du glücklich bist. So, jetzt haben wir noch ein T-Shirt bekommen. Gut, wir haben den Schatz. Wir haben die Schmerzen besiegt. Was wir jetzt noch brauchen ist etwas, was wir klauen können. Und das können wir auch ganz easy klauen. Und zwar klauen wir das bei der Bürgermeisterin. Hier hin zum Dorf. So, gehen wir hier wieder runter. Müssen wir einmal zu Bürgermeister Mali ins Haus gehen. Und ihr wisst ja, die Hunde sind davor. Eigentlich können wir da gar nicht reinkommen. Aber, wir haben ja eine Blume gefunden. Und diese Blume wird auch als Schlafblume, glaube ich, gegolt. Wir testen mal, ob es überhaupt stimmt. Direkt hier mal testen. Mit Fleisch. Ich glaube, das müsste reichen. Davon müssten die Hunde einschlafen. Ähm, glaube ich. So. Hier durch. Hier rein. So, die Hunde sind jetzt da vorne wieder. Und wir weifen hier einfach gleich das Schwein... Äh, das Schwein zu. Das Fleisch zu. Zum tödlichen Piranha-Pudel. So, dann passen wir auf. Machen wir. Äh. Gib. Fleisch. Mein Pudel. Mh, da freuen die sich. Das schmeckt gut, ne? Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Sehr gut. Jetzt können wir hier rein gehen. So. Ich glaube, wir gehen einfach hier durch. Und wieder mal rein. Ah, guck mal. Jetzt kommt die Zwischenszene. Hier. Hier. Hypothesisierisch streichsüchtiges Nashorn. Und die Sprüche sind auch so dumm. Nein. Schiebe rote Taste. Untersuche unglaubliches Lama. Es ist ein großartiger, schäferer Jack, die ein bisschen knacken Lippen weh. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Hm. Na, nochmal rausgetreten worden. Nimm Stillbuch. Ich brauche das. Ich muss verrückt sein. Nimm Wachslippen. Geh zu. Hach. Gophers. Gophers. Ich kann es nicht öffnen. Oh oh. Das sollte ihn für ein paar Zeit halten. Wenn ich nur ein Foto hatte, könnte ich den Eidol holen. Okay, wir brauchen eine Pfeile. Und wir wissen ja, wer eine Pfeile hat. Und zwar der Dustbruder mit seinem... Mit seiner Pfeile. Er hat nämlich diesen Kuchen da. Und in dieser Kuchen, was da meistens drin ist, eine Pfeile. Deswegen können wir das mal probieren, ob wir die bekommen können. Das sind die Wachslippen. Und wir haben das Antirattenspray, das wir auch brauchen. Jetzt reden wir noch mal mit ihm. Und Nast. So. Du hast nicht zufrieden, dass ich eine Pfeile habe. Du denkst, ich würde hier sein, wenn ich es so wäre? All ich habe ist dieses Kuchenkuchen, das meine Frau Tilly mir gemacht hat. Du kannst das haben, wenn du mir etwas bringst, um diese Rats zu erinnern. Ich kann nicht kuchenkuchenkuchen. Okay, dann geben wir was. Und zwar. Gib. Mauerwurfmittel. Hey. Hey, das können wir auf den Rats arbeiten. Danke. Hier ist das Kuchen. Okay. So, und jetzt? It's heavy. Dann kann man den aufmachen, meine ich. Öffne Kuchen. Okay, jetzt haben wir die Pfeile. Habt ihr gesehen? Da ist die Pfeile jetzt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und holen uns den Rest. Das sollte ja möglich sein, jetzt mit der Pfeile. So sieht es im Original aus. Die Hunde pennen einfach nur. Und dann gehen wir hier ins Loch rein. Ich habe das Pfeile. Benutze Stillbuch mit Reiswolf. Gib buntes Konfetti an. Schwer bewaffnet sich bauen. Wirf Wachslippen ins Feuer. Benutze Pfeile auf Zehennägel an Nase an. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm. Sagen hat das Idol. Geht so. Kaboom. Whew. Das war ein close. At least, ich habe die Idol. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Uh oh. Ich dachte, du kannst du hier raus aus der Idol mit der viele Hande, hast du? Look, ich kann es erklären. So kann ich. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Was ist passiert hier? Ich habe das Hoodlum gemacht, mit deinem Idol, Gouverneur. Er sagt, du hast es ihm gegeben. Das ist richtig, ich habe es. Was? Du hast mich gehört, Fester. Die reale Frage ist, wie er in hier ist, während du auf der Gäste warst? Ich, äh... Oh, einfach weg, Fester. Ich kann das handle machen. Hmm. Hmm. Ich will dich später mit dir sprechen. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. So, I gave you the Idol, eh? Original war cool aus, oder? Äh... Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Uh... My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too... Sweet. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Where do you think you're going, Threepwood? I'm going to go put this idol in my safe deposit box. Oh, really? I know a really safe locker you could put it in. Davy Jones' locker. Hand over your sword. Uh-oh. Hm-hm. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important. And much too near completion. To risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. So. This might actually turn out to be a pretty good day. I guess I'll be needing a sword. This one will do. This one will do. Easy peasy. Dark fact, liegt Chuck grad weg. Sieht im Original ziemlich cool aus. Tja. What was that? I'm so confused. Hey! What are you doing just standing around? The governor's been kidnapped! What? By whom? The Chuck's caught her on that ship that just sailed off. He caught her alone when she came down here to rescue you. Well, I'm afraid we've seen the last of her. So where were you this whole time? Sleeping? Hey! I'm a lookout, not a bodyguard. Where did they go? Let's go! Let's go! Le Chuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Oh, yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Oh, governor. Why did you have to risk your life for me? Maybe you cared for me more than I thought. Just as I now realize how much I care for you. It's my fault the governor is in this mess. And I swear, I'll get her out of it. Even if I have to sail to Monkey Island myself to get her. Attention, Pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side, as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain Le Chuck. So, gehen zu den drei Piraten und geben unsere... Wo hast du die ganzen Sachen mit hier? Moment. Da ist der Koch, der weint. Wir brauchen alle Krüge. What's wrong, old sot? The governor is gone. Le Chuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports. For a small consideration, of course. What will become of my business? Oh, woe is me. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. Where can I get a ship? White Smiling Stan's used shipyard. Same as everybody else. Tell them I sent you. We're old friends. Get me a drink. Get your own drink. Will you join me? Alas, I cannot go to see an old war injury. I'm sure you understand. Great. I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galoshes. And don't forget to write. Bye now. This stuff is eating right through the mug. I'm going to go to the mug. Da. Benutze. Nein. Mit. Ach, verdammt. Der ist schon zu laufen, habt ihr gesehen? Müssen wir mal zurückgehen. Vielleicht zu langsam. Aber ich glaube, wir kriegen noch so einen Krug hier drin wieder. Da. So, holen wir uns nochmal. Da weint er die ganze Zeit. Also, nochmal. Benutze. Nein. Und raus da. Und die ist schon zerlaufen, da wieder? Trotzdem müssen wir es rausgeben. Müssen wir es eigentlich schaffen. So. Und dann? Äh. Ach man, schon wieder. Benutze. So, da geht's. Oh, komm schon. Benutze. Oh, weiter geht's. Hey, Gray. A drink. Zack, zieht die Tür auf. Können wir zumindest raus. Ich kann nicht glauben, ich fällt für das. Das ist ein ziemlich guter Trick. Inzwischen haben wir gerade aus Melee zurückgekommen, LeChuck und seine Crew finden ihren alten Hütterplatz in den Untergrund-Riversen von Monkey Island und Drop Anchor. Kapitän, ich bin gerade vor, um zu begratulieren Sie auf Ihre Mischung. Kapitän? Kapitän, bist du gut? Kapitän, bist du gut? Ich habe nie mehr Gefühl, wie ist unser Prisoner? Ah, ja, der Prisoner. Wir hatten ein bisschen... Problem. Problem! Nichts, nichts zu überraschen, Herr. Alles unter Kontrolle. Sie hat ein paar Mal nachgebracht, aber wir haben sie in der Brücke. Keine Person kommt in oder raus. Für deine Sache, ich hoffe nicht. Mit Jahren zu planen, ich bin fast verletzt durch meine Todes, ich habe keine Chance jetzt. Sie hat sich um den Herr Threepwood, dann? Geidbrush Threepwood will not be a problem at this very moment he's 20 feet under water probably bloated up like a fattened pig his eyes being eaten out by crabs fish pecking at his fingers kind of makes you wish you were there to watch ah yes sir sure does it that go check on the route make sure it's locked up tight so he gonna aber nicht mehr hin I was just on my way the governor's mansion are you here for the looting yes looting sounds like fun now that I'm a pirate and all and do you have reservations oh yes very popular when the governor's away chaos would ensue if we didn't have a system now unless you have reservations you'll have to leave yes I do have reservations and what name would they be under it's probably under s for shine top nice try but we're booked solid for the next five hours but I might be able to squeeze you in around the two o'clock hour would that be okay yes that would be fine super I'll put you down for one to loot the governor's mansion at two thirty so gut jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder ein bisschen was geschafft so wir müssen ein Schiff klar machen das heißt wir gehen mal zu dem Verkäufer Stan und besorgen uns ein Schiffchen was nicht so leicht ist ähm denn der ich glaub der will eigentlich ein auch irgendwas von uns sehen Grundstückeintrag ich weiß nicht mehr er will irgendwie einen Zettel haben Handelszettel oder so wo man losfahren kann irgendwie sowas das kriegen wir auch nicht so das kriegen wir wieder beim Händler aber erstmal gehen wir zu Stan so ab zu Stan jetzt ist er auch wieder da vorhin war er nicht da jetzt ist er wieder da hehehe hehehe Du willst es? Ich habe es. Und wenn ich es nicht habe, ich werde es. Ich will dir einen Deal mit dem du bist. Denn wenn du nicht glücklich bist, ich bin nicht glücklich. Aber ich weiß, dass du hier glücklich bist heute. Wie weiß ich das? Schau mal an alle diese Schiffe. Ich habe etwas für alle. Komm, schau mal. So, erzähl mir, was du interessiert hast heute? Ich sehe den besten Schiff du hast. Hey, es ist schön zu treffen, einen Mann, die Qualität appreciaiert. Ich habe nur das Boot für dich. Geh das hier. Jetzt, das ist ein Schiff für ein König. Ich sage, wir sprechen 15 Staderoons, ein Feuerplatz in jedem. Wir sprechen zwei Pohlen. Ein indoor, ein outdoor. Wir sprechen rotatende Ballroom. Wir sprechen heet einen Kronenböch foundation. Wir sprechen 200 ft. des Oceans, die um eine Dekade. Und alle für einen hohen Preis. Speaking of Preis. What kind of Preisrange were you thinking of? Oh, nicht mehr als 174 Goldstecker. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. On second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling, you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? Actually, I'd like to go think about it some more. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you my card. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here. So, if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here, when you come back. But I can't guarantee that any of these ships will... Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Good. We'll need some Dorf zurück. We'll need some Mischwarenhändler to talk about it. Because he has to give us another citizenship for you. Jetzt muss ich direkt mal überlegen, ich weiß nicht mehr genau wie das funktioniert mit der Bürgschaft, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Was haben wir da, was müssen wir da machen? Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich glaube das war gar nicht so schwierig. Ich glaube man kann ihn ein bisschen austricken. Wir müssen immer hoch zum Safe gehen um diese Bürgschaft zu holen. Wir müssen es glaube ich irgendwie merken, wie er das aufmacht, meine ich. Schau mal. So. Ich hätte gerne Bürgschaftsverein gekriegt. Ich hätte gerne Bürgschaftsverein gekriegt. Ich bin interessiert in einem Kredit zu holen. Du bist, oder? Du hast einen Job? Ja, natürlich mache ich es. Alles klar. Ich bekomme eine meiner Noten und wir werden es ausfüllen. Wir werden es ausfüllen. Genau gucken wie er das da oben macht. Ich weiß es nicht mehr genau. Links. Links. Einmal runter. Mal zurück. Und wieder einmal runter. Okay. Ich bin in Bedienung drüben in der Skumbar. Ich bin in Bedienung drüben in der Skumbar. Ja, und ich bin der König von England. Ja, der Künstler da oben wartet auf seine eigenen Däbchen. Er mag, dass alle seine Kunden persönlich auf seine Kunden spüren. Was noch willst du? Ich bin der Künstler der Mehl-Eisland. Ich bin der Künstler der Mehl-Eisland. Ich habe gesagt, sie wollen nicht sehen. Vielleicht wenn du sie wieder fragt? Hmmmm. Ich denke, ich könnte da oben rüber. Wieder. Ich bin gleich zurück. Und nicht auf nichts bemerkt! So, ich bin der Künstler. Ziergriff. Und dann... Nicht ziehen, sondern drücken, ne? Da, Schiebegriff vielleicht. Und da ist wieder Ziergriff. Und schiebe. Hmmmm. Da ist nichts drin, außer dieser Note. Gut, haben wir. Jetzt können wir, glaube ich, rausgehen. Ich meine, diesmal kommt er nicht zurück. Ach, genau. Gut. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. Jetzt sind wir ein bisschen nervig. Ähm. Zu Stan. Und dann können wir uns ein Schiff holen. Und dann können wir uns ein Schiff holen. Schiff. Ja. Ich brauche den Schiff. Ja. So, Stan, jetzt kommen wir nochmal. Und mit der Bürgschaft kriegen wir auch ein Schiff. Lustigerweise kriegen wir genau das Schiff, womit die Affen damals hierher gesegelt sind. Könnt ihr euch die Geschichte noch erinnern? Genau das wird sein. Howdy! Schön, dass du dich wiedersehen. Ich wusste, dass du wieder zurückkommst. Jeder hat. Sie wissen, warum sie wieder zurückkommst? Just look at all diese Schiff. Ich habe etwas für alle. Komm, wir schauen uns. So, was kann ich euch noch zeigen? Ich habe wirklich viel zu spenden. Das ist der Seamonkey. Das ist der einzige Schiff ever, zu machen es zu Monkey Island, und zurückkommen mit jemandem aborben, zu leben. Oder soll ich sagen, eine Sache. Du siehst, die vorherigen Schiffen des Schiffen waren zwei wunderschöne Piraten. Sie versuchten, wie viele vorher, finden die Schiffen der Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen des Schiffen, und wie viele vorher, sie versuchten, für immer wieder. Der Schiff? Ein Mysterium. Almost as mysteriously as how this ship returned to melee island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There are no chimps in the Caribbean. Oh shut up, it makes a good story. Anyway, this baby is mine now. That is until someone makes me an offer. How much would you like to spend? We got credit from the storekeeper. Will you take it? Hey, of course! Your credit's always good at stands. It doesn't matter if you've had credit problems in the past. Divorce? Chronic gambling mishaps? I mean, who am I to judge, right? If the storekeeper trusts you enough to give you a letter of credit, then you must be an honest man with a steady income, right? Uh, right. Let's get down to brass tacks, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that you know that I want to sell it, so... Let's talk extras. Extras? You want to talk extras? Great! This baby is loaded with extras. For instance, did I tell you about the porthole defoggers? Enough about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great! How much? Oh, that's 3000 pieces of eight sound. Sure, I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week. So, you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Okay. I'd like to make you an offer. Great! How much? Give me my 5000 here. Alright, 5000, but that's my final offer. That's a little bit more like it, but not much. I know you can try harder than that. Just tell me, what would it take to get you to sail this ship away today? Hmm, what do you think it's worth? Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 9000 pieces of eight. How does that sound to you? I'd like to make you an offer. Great! How much? 5000, and that's my final final offer. That's still not enough money. Inflation works in the other direction, you know? You realize, don't you, that they just don't make them like this anymore? Did I tell you about the porthole defoggers? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more. Did I tell you about the anti-lock anchor? I think I can live without that particular piece of junk. Hmm. Sure, throw safety to the wind. But wait, there's more. Did I tell you about the rack and pinion rudder? I think I can live without that particular piece of junk. Well, I guess it'll float without it. Barely. But wait, there's more. Did I tell you about the velour sail covers? I think I can live without that particular piece of junk. Hey, travel light. I can understand that, sure. Of course, mutiny is an ugly word. But wait, there's more. Did I tell you about the taco meter? I think I can live without that particular piece of junk. Wow. Does your wife know you're such a cheapskate? But wait, there's more. Did I tell you about the elevator made with wood from burgundy wine casks? I think I can live without that particular piece of junk. Yeah, I guess that is kind of decadent, isn't it? But wait, there's more. Did I tell you about this simulated wood siding? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but I'm telling you. Barnacles hate simulated wood. But wait, there's more. Did I tell you about the porthole defoggers? So, it's all about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great. How much? 5,000. And that's my final, final offer. 5,000 pieces of eight? Okay, okay. He's dead. It's killing me, but okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh, yeah. Do you have that note from the storekeeper on you? Thanks. I've gotta run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just wanna say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. So. Jetzt müssen wir die Crew finden. Einen haben wir ja schon. Brauchen wir doch den anderen. Äh, die zwei anderen. Die finden wir aber auch. So. Einmal gehen wir zur, zu ihr, zu dieser Tante hier, zur Schwertmeisterin. Ähm, die wollen wir dabei haben auf jeden Fall. Otis haben wir aus dem Gefängnis, haben wir schon befreit. Die brauchen wir nicht mehr. Ähm. So, müssen wir uns jetzt überreden. So, da ist sie. Du hast bereits das T-Shirt bekommen. Was willst du jetzt? Der Gouverneur wurde verabschiedet. Was? Das ist schrecklich. Oh nein. Das sieht schlecht aus. Sehr schlecht aus. Ich habe eine船 und eine Crew zusammen, um sie zu retten. Hm. Ich habe ein Gefühl, ich werde das nicht regrettieren. Aber. Ich werde mich in. Ich werde dich auf dem Dock treffen. Super. Super. Die haben wir schonmal. Und den können wir noch, ähm, den Typen holen mit dem Tattoo auf der Brust. Wo wir mit dem Gummihuhn rübergeschleudert sind. Und den können wir auf jeden Fall auch dazu holen. Der hat, glaube ich, Bock. Und wenn nicht, dann muss er trotzdem dabei sein. So. So. Der ist hier oben, ne? Der ist hier oben, ne? So. Der ist hier oben, ne? Hm. Ich denke, ich könnte meine Kraft unterstützen. Was geht das nicht? Muss ich echt das Huhn nochmal benutzen? Na gut. So. 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 Oh, nein. Du kannst eine Crew finden und ihn nachsehen. Also, get a crew together and sail off after them. What an idea. Now, if we only had a captain. What about me? Ha, you. Ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Ooh, 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 ooh. Ah, ha, 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 ha. That's a good one. Hey, I'm serious. Really? Really. Okay, wir sehen uns, dass du es probierst. Geh das hier. Es gibt etwas in hier, das ich dir will, etwas Schreckliches. etwas so Schreckliches, dass ich auf der Nacht warte, nur zu denken. Aber ich will dich nicht schreien. Ich bin sicher, dass ein großartiger Mann wie dich selbst wird kein Problem mit diesem Monster face. After all, es ist viel kleiner, als die Böse, die Böse auf meine Hände, so viele Jahre vorhin. Ich hoffe, dass du schneller als ich war. Oh, ich habe gerade etwas gehört. Ich habe nie zu erinnern, ihn nicht zu erinnern. ihn diese Woche. Ha 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 ha! Silly me! Ich werde dich öffnen diese letzte Tür selbst. Ich werde mich aus der Weg gehen. Warte! Ha ha ha! Getting cold feet? Nein, ich weiß einfach nicht was ich zu tun. Du solltest öffnen diese kleine Tür. Und wenn du genug bist, schreien die Böse im Inneren. Was ist das alles? Okay, geht's. Wenn du die Böse hast, die Böse... hinterher. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich glaube nicht. Du bist ein Wunderschön, nach allem. Du hast die Wunderschöne, die ich all diese Jahre vorzunehmen. Du hast die Wunderschöne, was ich nie konnte. Ich fühle mich so ein Wunderschön. Ich bin nicht gut genug, um zu sein, zu sein, zu sein. Ich bin nicht gut genug, um deine... D-D-Dex! Oh, come on, Neathook. You're a big, strong, good-looking guy with a talking tattoo. You can swab my Dex anytime. Really? Sure. I can still be on your crew. Just pack your stuff and meet me at the dock. Oh, thank you! Thank you! I won't let you down! Hey, maybe I'll get a chance to show you my whole Tattoo-Routine, when we're at sea! Wow, this is sounding better and better all the time. So, we're here rüber. Und dann gehen wir rüber zum Dock. Da müssten wir eigentlich alle drei haben. Und dann ist es, glaube ich, so weit, dass wir mit dem Schiff Richtung Monkey Island segeln können. Beziehungsweise erstmal kommt die Station auf dem Schiff. Und dann nach Monkey Island. Los geht's. Und zum Dock. Das Aussichtspunkt. Ach, Dorf. Ich meine, jetzt haben wir alle drei. Oh, die haben wir befreit. Die, äh, Schwertmeisterin haben wir. Und wir haben auch den sprechenden Tattoo, Heini. Das müsste es gewesen sein. Wenn ich mir nicht irre. Da ist der ein schonmal. Hey, it's a good thing you showed up. Ten people have offered to buy this baby off me while I've been standing here waiting for you. No way. I know a guy who's in love with this ship and it would break his heart to lose it. Am I right? Of course I am. I mean, just look at her. Sleek. Aerodynamic. Aboyant barnacle covered beauty. I think we're having a real moment here. I've changed my mind. I can't give her up. You can have your money back. How could I sell something so dear? Then again, a deal's a deal, right? Right. Good luck. I'm out of here. Whoops. I almost forgot to give you this free seafaring literature. My gift to you. Just remember where you got it. Stands. Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey, long time no see. Otis! I thought I'd never see you again. Hey, I could never pass up a chance to make some easy money. Uh, money? Yeah, we are getting paid for this, right? Is it true what I heard about you and the storekeeper? Look, don't start with me, okay? So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? I need him to go back to my place and pick up my bags. What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought. So. Erfolgsfrage is like that. Through the courageous leadership of Captain Threepwood the Sea Monkey is finally underway. Undaunted by their lack of navigational equipment or expertise the crew begins to plan their voyage. First of all, I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, teamwork. First, I thought we'd assign some duties. What is it we were suckered into doing again? I made a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it, we got this great ship. Well, we got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel and cruise for a while? I could use a little work on my tent. Come to think of it. I've been a little stressed out lately. I could use a rest. Then it's decided. We cruise the Caribbean. I'm doomed. I'm doomed. It looks like a ballpoint feather pen. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. Can we open the ship? We need to open the ship. I'm doomed. There's an old dusty book inside. Let's see what it is. It says, Captain's Log, March 10th. First mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. The directions we purchased on melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's Log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Captain's Log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's Log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Ah, that good. Captain's Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soupy fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Captain's Log, April 4th. Toothrot and I filled the rowboat with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's Log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. It seems to be locked up tight. It's made. Must be dealer prep. I'm going to give you Mutineers five seconds to come to your center. Entschuldigung. Dann starte ich ein bisschen den Kopf. Entschuldigung, Guybrush. Hat das Wort Kielhau dir nichts für dich bedeutet? Ich sehe dich. Danke. Die lassen wir hier runter. Nein, nicht zur Rebellen-Crew, sondern zur Nucke. Hier ist noch eine Truhe. Hier noch mal rein. Ah, die Küche. Da wollen wir hin. Da nehmen wir meinen von. Wenn mich nicht alles täuscht, dann konnte man... Mmmh. Ich liebte diese Sachen, als ich ein Kind war. Ich mag die Art, wie es auf den Knochen aufgelöst hat. Öffne. Great! Ein Spielpreis drin! Okay, gucken wir mal was das ist. Das ist kein Spiel. Auf den Augen? Es ist ein kleiner Schlüssel mit einem finely engraveden Knochen. Auf den Augen? Es ist ein kleiner Schlüssel. Seht so, dass du ein Knochen-Fahrer-Köpfchen herrn willst. Ich denke, ich werde sehsichern sein. Das sind nur alte, russische Trunk. Schau an. Sie sehen wie Kegs von Schrauben. Wow, Schrauben! Ich denke, ich werde einiges nehmen. Sie sind nur alte, russische Kette. Ah, öffne Truhe. Es gibt einiges sehr guter Wein. Ich nehme es an. Es ist der Topf der Kette, als Buchmark. Wir müssen auf jeden Fall, ich erinnere mich ganz schwach daran, aber wir müssen auf jeden Fall ein Rezept kochen, um diese Suppe nachzukochen, die die beiden Kapitäne hier auch gemacht haben. Wenn wir die nämlich haben, dann explodiert das ein bisschen und dann werden wir benebelt und kommen automatisch nach Monkey Island. Also, versuchen wir das mal. So, man kann auf jeden Fall noch hier hoch, meine ich. Strickleiter, genau. Nehmen wir die Flagge mit. Wieder runter. So, jetzt müssen wir nochmal die Kabine liquidiert zurück. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Ich meine, den Schlüssel können wir nicht hierfür nutzen. Schlüssel, Schlüssel mit Schrank. Oh, da ist ein Kessel drin. Mann, das ist schwer. Füllt, sicherlich mit goldenen Jeweln. Hey, schau, ein Stück Papier. Und ein paar Zinnamenstücke. Jetzt können wir das Rezept, glaube ich, gleich kochen schon. Ich muss einmal kurz überlegen. Ähm, einmal das Rezept angucken. Ich weiß nicht, was alles rein soll. Direktions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull. Pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. One live chicken. Three ounces brimstone. One or more of the following. Pyridoxine Hydrochloride. Zinkoxide. Yellow Eight. Mein Mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. So, eigentlich haben wir davon fast gar nichts, wie man sieht. Aber es ist ja einfach, ähm, ein bisschen anders gedacht. Also, wir schmeißen da auf jeden Fall einmal unsere Zimtstange rein. Nutze den Kochtopf. Gut. Dann machen wir einen Totenkopfsoller rein. Haben wir nicht. Dafür nehmen wir die Flagge. Bald. Dann brauchen wir, ähm, Blut eines Affen. Das ist das hier. Das ist einfach nur Wein. Dann können wir da reinpacken. Dann muss da auf jeden Fall noch rein. Cinnamon. Also Minze. Da haben wir aber nur diese Dinger. Deswegen packen wir die rein. Was ist das? Gut. Ich habe eine Million davon. So, was fehlt da noch? Es muss auf jeden Fall auch, ähm, was haben. Cheesefrober rein. Da. So. Was fehlt denn noch? Ich muss kurz überlegen. Jetzt haben wir doch schon einiges drin. Ja, hier, die Tinte muss noch rein. Und? Ich muss noch kurz das Rezept angucken. Was ist gerade hier? Direktions zu Monkey Island. Ah, also Suppenhuhn bauen. Gut, einen Suppenhuhn haben wir auch. Und zwar kein richtiges, aber wir haben ja das Gummihuhn. Das sollte es tun. Hier ist auf jeden Fall, dass ich dieses wertvollste Artifakt ausfuhlen bin. So. Mal gucken aufs Rezept. Zimt haben wir drin. Zimt haben wir drin. Zimt haben wir drin. Und von uns. Haben wir da jetzt nicht alles drin? Vielleicht brauchen wir aber auch noch Wasser, ne? Warte mal. Benutze ein langes Stück Seil mit. Ich werde nur das aufnehmen, wenn ich wirklich muss. Es sieht aus wie ein Ballpoint-Feder-Pen. Zimt ist das. Ich glaube, wir haben alles drin. Ein paar Frühstücksflokken noch reinpacken. Okay. Yikes! Oh, ich glaube, ich bin... ...dizzy. Stimmt, da sind diese komischen Sachen drin, diese ganzen Insight-Stoffe. Gums und Stench, Guybrush schnell, verliert die Bewusstseinheit. Moment später, der Voodoo-Spell kippt in, schiebt das Schiff in eine unkönnene Haltung und los, auf ihren mysteriösen Reise. Tage passen. Oh, ich fühle mich... ...awful. Los geht's. Ah, ich warte. Okay. Da ist Monkey Island. Holy Monkey Bladders! It's Monkey Island! So, jetzt können wir mit denen reden. Hey, schau! Wir haben es zu Monkey Island gemacht. Die kommen aber trotzdem nicht mit, die Affen. Lass uns wissen, wenn du den Herrscher gefunden hast. Wir haben einen extra Knochen, den sie nutzen kann. So, gehen wir runter. Hier nicht hin. Hier runter. Hier nochmal runter. Wir nehmen wir schon was von den Fässern hier. Nochmal Schießpulver mit. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Lieber hoch. Jetzt müssen wir die Kanone abfeuern. Da ist kein Platz hier, um die Fässern hier zu setzen. Achso, ja, warte. Mach's anders. Dann kann doch ein Rohr. Dann bauen wir noch eine Zündschnur. Dann haben wir das Seil. Dann müssen wir das noch anzünden. Um loszuhalten. Meine ich. Aber wie zünden wir das an, ist die Frage. Das können wir ja schon so benutzen. Komisch. Komisch. Ich werde das nur aufhören, wenn ich wirklich muss. Meine ich nicht sagen, was ist das speziell. Hm. Da müssen wir mal runter in die Küche, glaube ich. Warum? Irgendwo ist ein Feuer herbekommen. Ah, guck mal, lodern wir uns Feuer. Also machen wir... ...das können wir die dafür benutzen. Das scheint nicht funktioniert. Ouch! Das ist heiß! Das scheint nicht funktioniert. Okay, Leute. Dann gleich jemand? Los geht's. Okay, so uncool. Vielleicht brauchen wir noch mal ein bisschen Schießprober, glaub ich. Aber so kriegen wir das noch wieder weggeschossen. Ist auch lustig, dass ich einfach Feuer so halten kann, ne? Also ich mein, ich lauf auch mit Feuer rum in der Tasche. Wenn das so ist, dann ist es so, ne? So. Hier raus. Deja vu. Deja vu. Okay. Wenn wir noch ein bisschen das Ding die Lunde noch nutzen. Benutzt ein Piece of Rope. Guck mal, was auf Englisch gehüpft. Deja vu. Okay, was machen wir anders? Wir müssen das so machen, glaub ich. Warte. So. Los geht's. Sehr gut. Sind wir jetzt doch auf Monkey Island. Da kommen die ersten Affen. Oh, was sah das früher aus? Das sieht cool. Komm raus. Das Hermann Toothrot. Das Hermann Toothrot. I'm Hermann Toothrot. Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way. You might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. So. Let's go. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island Cannibals are encouraged to attend. Na. So. Nimm mal die Banane mit hier. So. Riesiger Felsen. So. Jetzt haben wir die Insel. Jetzt können wir alles mögliche machen. Hier können wir einfach rumgehen. Das ist auch früh ganz kurz. Warte, warte, warte. Nein. Da wollte ich gar nicht rein. Einmal speichern zwischendurch. Das mach ich auch mal. Sicherheitshalber, ne? So. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rum. Also. Wir können ja richtig weit, äh, wirklich weit laufen durch Dschungel. Auch ist dann ein bisschen langsam. Ich werde aber nachher schneller. Genau. So, hier. Hier rüber kommen wir eigentlich schon. Ja. Irgendwo ist das vor von Herman Toothroot. Gucken wir mal, ob wir es finden. Gucken wir mal, ob wir es finden. Müssten wir eigentlich finden. Das muss hier irgendwo sein. Wir gehen jetzt mal hier längs. Ausgetrocknetes Flussbett. Flusskabelung. Aber jetzt noch nicht. Okay. Wir gehen hier weiter. Hier ist ausgetrocknet Flussbett. Da können wir auch noch was machen. Aber jetzt noch nicht. Okay. Aber jetzt noch nicht. Okay. Ja komm, du bist auch ein bisschen langsam gerade, ne? Und hier. Und hier? Okay, gehen wir noch nicht hin. Hier ist nämlich das Kannibalendorf. Und ich glaube, die nehmen wir sofort gefangen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Obwohl, es ist eigentlich egal, ob wir es so rum machen oder so rum. Ich glaube, es ist egal. Wir gehen einfach mal hier längs. Ich weiß auch nicht, ob wir da schon reinkommen. Wahrscheinlich nicht. Ah, genau. Da ist der Affenkopf, wo wir nachher rein müssen. Hat die nicht viel verändert, ne? Ja, ziemlich eindrucksvoll. Ja, ziemlich eindrucksvoll. Ähm. Ich habe Angst, dass wir jetzt gehen müssen. Pressing-Business, du weißt. Hallo. Hahaha. Hahaha. Der Arzt hat seinen Namen auf. Er ist von Red Skull. Ich kann das nicht rausnehmen. Ich muss mir das auch mal im Original angucken, weil es irgendwie immer ein paar Erinnerungen weckt, ne? Wenn man das Original nochmal sieht. Na, guck mal. Am Rand da kann man nämlich direkt... Bin ich mir ganz sicher, aber ich meine es gab hier mal so ein... Hier ist doch der Ort von Herman Tulschrottel, bin ich verkehrt. Hier ist doch irgendwo der Ort von Herman Tulschrottel, bin ich verkehrt. Hier ist doch der Ort von Herman Tulschrottel, bin ich verkehrt. Hm. Denen die Notizen mit. Und versuchen wir die erstmal. Es ist auf Letterscheidung hergerichtet. Hm. P.S. Ah, ich habe noch mal gehört. Nein. Ich wurde von einem Mann namens Stan. Stan von Stan's Jewish ships? Auf Melee Island? Gah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah! Du bist ein Kind von Kastoway? Was ich sehe? Der Beleger? Ich dachte, die Insel wäre unbewohnt. Ach, ihr müsst wahrscheinlich mit ihm reden, damit ich weiß, was es ist. Ich denke, ich stehe hier von meiner Hilfe? Ohohoh, Mann! Ich nehme das mal hier an. Ich meine, er wohnt hier irgendwo. Oder ist es hier oben? Das kann auch sein. Wir finden das schon noch. So, gehen wir zur Flusskabelung und gucken, ob wir da noch was rausfinden. Ohohoh, es ist sicher heiß hier. Ist da noch irgendwas, das hier rumliegt oder so vielleicht? Nein, hier nicht. Okay, gehen wir zurück. Geh hier zu Damm. Wo besuchen wir mal einen Damm? Mö, kann nicht mehr rüber. Ah, warte hier. Da liegt doch was. Wenn ich mal hier zu sehen bin, dann... Ich habe hier eine Gitarre. Ach, du musst diese Note anschauen, bevor ich da bin. Die Gitarrenkabendin? Ich für dich nicht zu bemerken, wenn du vor einer Gitarrenkabendin bist, der von der Gitarrenkabendin, das verhäumt wie meine Bäume und die Gitarrenkabendin sind. Aber können wir bitte aus der Gitarrenkabendin zu lassen, auf meine Gerichte verlassen? Auch bitte, bitte nicht nach der Gitarrenkabendin! G.P. LeChuck. zu den monkey island cannibals das ist wie so ein schleuder mit dem katapult kann man nachher was runter werfen und dann kann man sozusagen kann man sozusagen versuchen da die sachen kaputt zu machen das schiff zum beispiel und dann hören wir noch mal ich habe mich immer wieder auf diese Sicht, selbst wenn ich es seit 20 Jahren schon seit 20 Jahren habe selbst wenn es die einzige Sicht auf der island ist ja, es ist eine schöne Sicht wie hast du hier getrennt? hier. Ich bin hier mit einem Freund von mir 20 Jahre alt. Wir hoffen, dass wir das Geheimnis von Monkey Island finden. Aber mein Freund mit einem verrückten und tragischen accident, das erzeugt sein Leben. Und ich konnte nicht den船 wieder zurück. Ich trainierte ein paar Chimpsen, um den船 zu und zurück zu Melee Island. Sie sollten mir helfen und zurückkommen. Ich bin hier. Ich muss etwas passieren. Warum nicht nur mit den Chimpsen? Wunderschön auf einem Boot voll von Möken. Oh, ho, 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 ho! Ich bin Guybrush. Ich bin hier, um zu retten jemanden. Ich bin hier, um zu retten jemanden. Na, hier bin ich. Ich bin froh, dass du mich kam. Obwohl du vielleicht ein bisschen früher bist, das Buch der Verbreitung überprüft wird ziemlich groß. Ich bin hier. Los geht's! Um, das ist nicht genau das, was ich habe. Ich bin hier in der Nähe von der Gouverneur von Melee Island, der wurde ein Geheimnis von einem Geheimnis. Oh, gut. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Der Schlauch auf meinem Kopf, der Wind auf meinem Bein, die Bögen auf meinem Pferd. Um, vielleicht könnte ich dich zurück, aber ich muss den Gouverneur erst zu retten. Ich denke, sie ist auf dem Schlauchsschiff unter dem Boden. Oh, okay. Was ist mit deinen Hosen? Welche Hosen? Sie wählten eine Schlüssel von Einwohnen. Sie sagten, du hast eine Schlüssel von den Lokalen? Aber wenn sie sie zurück wollen, ich muss meine Pferd zuerst haben. Es ist eine Sache von Gouverneur, du wißt du? Also, du bist nicht der einzige auf der Gouverneur? Ich bin der einzige Person von der Gouverneur auf der Gouverneur. Es gibt eine Nationale Nationale von Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther-Gäther. Ich hab' dir erzählt, dass sie meinen Bananenpickern und sie sie nie zurückgekommen, richtig? Ja. Entschuldigung, ich habe ein bisschen schreckliches Geschäft zu betrachten. Ja, ich auch. So, pass auf. Den drücken wir jetzt mal. Hm. Wann benutzen? Wann benutzen den? Es sieht aus, dass jemand das hier auf den Grund gebracht hat. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Kann ich da nicht hinkommen so? Nein, kann ich nicht. Gut. Schiebe. Jetzt fliegt nämlich einen Stein hoch und der andere Stein fliegt jetzt Warners hin. Aber ich glaube, wir treffen nichts, oder? Okay! Wir haben unser Schiff getroffen, was ein bisschen uncool ist. Müssen wir unten nämlich diesen Katapult ein bisschen anders hinstellen. Das machen wir jetzt mal. Mr. Toothrot. Bitte entfernt dieses gefährliches Objekt. Lemonhead hat eine Röcke von der Gäther ab und nahezu hat jemanden, der einen Schiff auf dem Bananen-Tree auf der Südbeer. Die Cannibals. Ich lege es hier. Klar machst du es daheim. So. Und dann? Guck mal, das Boot ist weg. Oh, müssen wir noch einen weiterziehen vielleicht? Machen wir mal. Tschuck. So. So. Jetzt vielleicht. Nehmen wir nochmal so einen Haufen Steine. Und er legt ihn wieder oben hin. Uh. Original sieht so aus. Wow. Sieht so aus, wie es das große Bananen-Tree auf der Südbeer hat. Aber die Werte gegen das sind unglaublich. So. So. Gut. Gehen wir runter. Ich glaube wir müssen wir hier oben auch gar nicht machen. Und da. Da hab ich noch unten. Boah, es ist sicher sehr heiß hier. So. Die brauchen wir jetzt noch gar nicht. Aber später sind die lebenswichtig. So. Das Boot können wir nicht benutzen, weil wir kein Paddel haben. Das ist alles im Dschungel. So. Jetzt müssen wir aber trotzdem einmal den Ort finden, wo der Herman wohnt. Weil ähm. Da finden nämlich wichtige Utensilien. Für das weitere Gelingen. Ich weiß ja. Das ist da oben. Irgendwo ist das. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Da ist es fort. Okay. Gut. Ich wusste nicht mehr wo es war. So. Nehmen wir das Fährendlass. Mach das Seil mit. Das können wir drücken. Zehen. So, schau mal, schau mal direkt. So, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Ich habe einen Schaukel verlassen. Er hat es gemacht. Du bist nicht schau mal, Schäu. Entschuldigung, ich habe etwas interessantes Geschäfts zu beachten. Ja, ich auch. Ich habe genug. Mann, hier ist es sicher heiß. Wie war denn das mal? Also wir können auf jeden Fall... Die Kartonkuchen muss dann wahrscheinlich auch dahin, ne? Okay, dann brauchen wir... Ach so, warte. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Die müssen das öffnen. Ah, da ist ein nifty Lens in it. Ah, guck mal. Und jetzt kann man... Die Linse benutzen? Auf die Stelle? Das scheint nicht zu funktionieren. Auch nicht? Hm. Dann... Dann macht man das noch mal... Ah ja, okay. Dann war ich wieder. Hier oben? Ja, genau. Okay, dann müssen wir die Linse nämlich... mit... mit der Sonne nutzen. Oh, oh. Oh, oh. Ha, ha, ha. Im Original, so. Hm. Gut, jetzt können wir nämlich hier hin. Zum Teich. Hermann. So, nehmen wir die Zettel mit hier wieder. Hermann. Bitte, unsere Schlüssel zur Monke-Head. Die Cannibals. Ha, ha, ha. Ha, ha. Okay, ja. Dann haben wir ein Seil, das nicht wahr? Oh, Hermann kommt. Das ist ein alter Freund von mir. Der, den ich hier mitgebracht habe. Er hat Gewicht verloren. Nun hat er besser gesehen. Ha, ha, ha. Was hat mit ihm passiert? Oh. Echt schuldig. Er hat versucht, einen Schlüssel zu machen. Entschuldigung. Ich habe etwas pressendes Businesses, zu beteiligen. Ja, ich auch. Das auch. He, 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 he. So, nehmen wir das, das Ding mit dir. Ich kann das nicht aufhören. Kann er noch irgendwas machen hier? Er geht schon wieder weg. Wann hier noch irgendwas? Ich glaube hier ist nichts mehr, ne? Okay. Muss ich runter gehen? Ja. Scheint, sollen wir nicht. Muss ich hier hin? Die beiden Seile müssen wir nicht miteinander verknüpfen, meine ich. Meine ich. Muss ich hier mal hin zum Strand? Gehen wir das nicht. Wo müssen wir nochmal hin? Kurz überlegen. Also ich weiß, dass wir die Seile benutzen. Wir haben nämlich zwei Seile jetzt, wie man sieht. Also kann ich jetzt gar nicht zeigen von hier. Aber wir haben zwei Seile. Und die Seile müssen benutzt werden, um runter zu klettern irgendwo um. Da gibt es nämlich eine Schlucht. Also hinten hier in die Schlucht. Wollen wir hier runter gehen? Spaltet. Da ist es glaube ich. Nein, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ah, genau. Genau, jetzt können wir mich hier. Ein Seil dran machen. Es scheint zu sein, dass es ein Seil ist. Oh, cool. Gut. Also benutzt ein Seil mit Baum. Die Seil ist nicht lang genug, um den Flügel aus dem Baum zu erreichen. Ich versuche es mit dieser Branche. Ach so. Das ist hier am Ast fest. Ist auch nicht verkehrt. So, dann gehen wir runter. Und da ist einfach so ein Stumpf und da können wir noch ein Seil dran machen. Okay. Dann haben wir die beiden Paddel. Und dann können wir das Boot vom Strand nämlich benutzen. So. 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 Kann man jetzt runter gehen? Und jetzt können wir... Warte, ich sehe eine neue Notiz. Ich werde es hier verlassen. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall unser... äh, benutze Ruderboot. Das reicht glaube ich, oder? Ich kann es mit diesen Ohren paddeln. Yes. So. Jetzt können wir auf die andere Seite der Insel kommen. Was wir vorher nicht konnten. Gut. Gehört mit mir hin. Ist das schneller, wenn ich hier hinkomme? Man sieht, das ist ja nicht so turboschnell, aber naja, was solls. Ah, jetzt gehts besser. Gut. Gehen wir hier mal weiter. Äh, wir müssen hier... Ich weiß nicht, ob wir hier schon hin sollen. Ne, wir können glaube ich... Oh, wir hätten mal einen anderen Weg paddeln sollen. Ah, wir gehen jetzt mal hin. Ah, warte mal. Ich glaube, wenn wir außen rum gehen, das dauert ja viel zu lange. Vielleicht können wir einfach den anderen Weg gehen hier. Da. Ich meine, es ist auch besser, wenn wir da links gehen. Das geht schneller. Original. Man glaubt gar nicht, wie lange man an diesem Spiel gehangen hat damals. Also ich zumindest. Hier ist auch ein Strand. Nehmen wir den. Oh, das ist eine Flasche. Den nehmen wir auch mit. Da ist eine Message drin. Es ist eine Memo. Zu Hermann Toothrod. Von Yammer, Hemm & Haw. Anweserkerin. Anweserkerin. Anweserkerin gegen Cannibal-Tribe. Anweserkerin gegen eine maliciousen Töne von deinen Ohren in einen Kasten. Ich denke, wir haben hier ein Fall. Wir können sie wahrscheinlich für emotionalen Straftat und möglicherweise auch für punitive Schmerzen. Hm. Sollte wie legalistisch. Ich glaube nicht, dass ich das restlich nicht übersetzen kann. Es ist eine grossartige Bottele. Ich will es nicht. Okay. Oh, hier ist wieder ein Dschungel, ne? Jetzt können wir, glaube ich, zum Kannibalendorf kommen. Eine Lichtung? Wie heißt die Lichtung? Da war er ja schon. Das ist ja... Da, wo der Affenkopf ist, da wollen wir nicht hin. Da gibt es auch nichts anderes als das hier, ne? Dann gehen wir jetzt zum Strand. Und benutzen wir das Boot. Müssen wir noch einmal außen rum, doch einmal außen rum. Weil ich meine, wir müssen auf jeden Fall zu diesem Kannibalendorf. Dann müssen wir uns versuchen, diesen Bananenpflöcker zu bekommen. Und hier ist das Kannibalendorf. Kannibale! Ich gebe dir nicht, Blödsuckern, deine Schlüssel zur Monke-Handlung, bis du meinen Bananenpflöcker zurückkommst. H.T. Wollen wir in den Dschungel gehen? Dann müssen wir in den Dschungel rein. Da ist ein Dorf. Dann gehen wir jetzt mal hin. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Original, sieht so aus. Also, schon ziemlich dicht dran alles, ne? Oh, hier sind wieder ein paar Bananen. Wollen wir mal mitnehmen? Oh, hier sind wieder ein paar Bananen. Oh, hier sind wieder ein paar Bananen. Dann gehen wir mitnehmen. Das ist ein ganzes Ding. Ich weiß nicht genau, was man hier machen soll. Ich dachte immer, die Kannibalen begrüßen, ach okay da. Ist das ein Fertfunk, oder bist du einfach glücklich zu uns? Du hast ganz viel Nerven, sie von den nichtorischen Mannke-Island-Kannibalen. Gehen Sie Kannibalen? Well, yes, although lately we've been trying to stay away from red meat. Only for health reasons. We're still as vicious as ever. Oh, especially with tourists who try to steal our stuff for souvenirs. Well, what do you have to say for yourself? Oh, go ahead and eat me. See if I care. Hey, whatever you say, we might eat you, we might let you go. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Come, let me show you our guest hut. That should do it. To the ghost pirate Lechuk. We must protest your acquisition of our voodoo anti-route. We realize that it presents a hazard to you and your crew, but this is thieberie. The Monkey Island Cannibals. No thanks. We've still got some meat on there. And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. So, it's done. So, it's done. So, it's done. So, we got some bananas. We can have some bananas. And with these bananas, we can have an apple. Also, what do you mean to be? We can have an apple. We can have an apple. So, let's do it. We can have an apple. Dress it. Dress it's a good word. That will do it. Da ist er aus dem Strand. Seht ihr diesen Affen da? Den sieht man im Original nur so einen kleinen Punkt. Warte mal, kann ich den nicht auch? Ey, ich muss erst zum Strand, ne? So, jetzt gehen wir hin und jetzt schnappen wir ihn. Da. Machen wir so. Hä? Gib Banane an Affen. Warte mal, bis er runterkommt. Bitteschön. Bitteschön. Und ein Bananchen hätte ich noch. Ich meine, das reicht. Jetzt mag er uns. Glaube ich. Egal wo wir jetzt hingehen, der kommt immer hinterher. Ja, genau. So, jetzt gehen wir noch mal zu dieser Insel. Könnt ihr euch noch an den Affenkopf ändern? Da können wir zwar nicht reinkommen, aber da können wir was anderes machen. Und zwar können wir diese Tür aufmachen, die da vorne dran war. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da war so eine Tür. Und die können wir aufmachen. Das scheint nicht funktioniert. Ah, warte. Ich kann es nicht ziehen. Ja, so war das, glaube ich. Ihr geht nicht davon. Ja, dann ziehen. So. Aber soll ich weggehen? Aber da hast der Affe ja super da drin. Der hilft uns nämlich. Und schwingt ein bisschen rum und wir können reingehen. Oh, hier kleine Schuhfiguren nehmen wir mit. Ich glaube, dass jemand diesen Schuh missbraucht wird. Das ist groß. Das ist viel zu schwer, um zu holen. Nur das war es auch schon. Gut, das war es schon. Jetzt gehen wir hier weiter? Hier raus. Komm. Zum Dschungel. Der Affe ist uns jetzt egal. Aber jetzt müssen wir hier runter. Wieder zu unserem Boot. Hier auch hin. So, und dann benutzen wir das gleich. Ähm. So. Höh. Da. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Höh. Also auch kein Problem. Dauert ein bisschen. Komm. Schneller, schneller, schneller. Jetzt müssen wir hier zum Strand. Ja. Dann in den Dschungel. Und zu den Kannibalen. Die werden uns jetzt nochmal angefangen nehmen. Ähm. Diesmal können wir ihm aber diese kleine Figur anbieten. Anbieten. Pass mal auf. Anbieten. 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 Ähm. Ähm. Ess mich nicht. Ich geb euch alles. Ähm. 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 Eine Art Offerung für uns? Eine Art, die wir dem großen Mönchengladen geben können? Na... Hey, wow! Das ist beeindruckend! Lemonhead! Schau mal an das! Oh, das ist schön! Und es sagt, »Made by Lemonhead«! Just like one of mine! Wir sollten das zum großen Mönchengladen nehmen! Ja, ich glaube. Wir sind sehr dankbar für dieses feines Geschenk. Wenn es etwas gibt, was ihr auf der Mönchengladen braucht, kommt einfach und wir sehen uns! Was ich will, ist meine Bananenpicker. Aber werden sie es mir geben? Wollen sie es mir geben? Sie wollen das Mönchengladen-Key zurück! Ha! Das wird der Tag! Hey, danke! Ich dachte, ich hätte es nie wieder sehen können! Hier, du kannst den Schlüssel zum Mönchengladen und zurück zu den Natives! Okay! Und keine Angst! Ich werde es nicht nutzen! Ich werde es nicht nutzen! Und dann fahren wir hier runter und gehen einfach wieder zum Strand! Da! Da! Zack! Dann können wir von da aus nämlich direkt dahin gehen! Das ist doch ganz gut! So! Jetzt gehen wir hier rein! Jetzt haben wir das, glaube ich... Ich habe hier recht, oder? Haben wir das Problem? Wir brauchen ja noch den Navigator! Das heißt, wir gehen jetzt hier rein! Das wissen wir eigentlich noch nicht, aber wir können jetzt zwar in diesen Affenkopf reingehen mit diesem Wattestäbchen, das wir haben! Ja, hier! Warte! Ich stecke jetzt da rein! So! Sieht im Original genauso aus! Genau! Dann gehen wir da rein! Dann gehen wir da rein! Und jetzt sind wir unten! Bei Lee Chak! Das Problem ist bloß! Zeig euch jetzt mal! Wir können ja hingehen, wo wir wollen! Wir werden nie den richtigen Weg finden! Ich habe das Gefühl, dass in der Hölle da gibt es Muschrome! So! 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 So. Dann gehen wir da hin! Tolles mains drin! So! Und vorne với reflected! Also ich meine, dass ist egal wo wir hingehen! Das ist einfach nur ein Labyrinth! Große Nase, vor allen Dingen. Ja, wir kommen hier nicht weiter direkt. Das hat sich schon wieder verändert, wie man sieht. Das findet LucasArts oder beziehungsweise Ron Gilbert ja lustig, so was hier. Einfach Labyrinthe, haben die schon damals bei Symbolweed Park gemacht. Ist ja auch ein Spiel, was ich mal Lust hatte hier zu spielen. Ich weiß nur nicht, ob das spaßig ist für Leute, sich so ein Abenteuerspiel hier anzugucken. Ich hatte auch erst überlegt, dieses Spiel in Teilen aufzuteilen. Aber dann dachte ich mir, ne, warte, ihr Affenhirn auf Eis. Wie geht es nicht weiter? Wie ihr sehen könnt, verändert sich das die ganze Zeit und wir wissen nicht, wie wir hier weiterkommen. Ich kann es nicht erreichen, ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht mehr rauskommen hier. Guck mal, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir gerade eben nicht hingekommen sind. Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Wir gehen jetzt zurück zur Höhle. So, jetzt gehen wir wieder raus, denn wir können hier wirklich nichts machen. So. So. Gut. Da kommen wir nicht weiter. Ähm. Dafür brauchen wir nämlich. Etwas zum Navigieren. Das holen wir uns jetzt. Und da die... Kann ich so schön mal angucken. Private Property. Worshipping ist vermittelt. Aber bitte nicht in die Monke-Head. G.P. LeChuck. Ähm. Also wir können zu den Kannibalen gehen, die uns denn einen Navigator-Kopf geben können. Hoffe ich zumindest, dass sie den haben. Ähm. Und mit diesen können wir dann sozusagen durch dieses Gelände durcheiern. Das haben sie als lustigen, ähm, lustigen Gag. Hat Ron Gilbert das auch bei Silberby Park gemacht. Ähm. Das ist schon ernst witzig gemacht. Denn da kriegt man auch so einen Kopf. Und kann dann einen Schatz ausgraben. Der jetzt eigentlich nichts besonderes hergibt. Also für das Spiel nicht so relevant ist. Aber man kann lustige Sachen machen mit dem Schatz. Und das ist schon ganz witzig wieder. Und eine Anspielung hier drauf. Weil man da auch einen Navigator-Kopf bekommt. So. Möchtest du zurück, um dich für dein Gast zu betrachten? Ja natürlich das ist eine Sache. Ja. Nein. So ist eigentlich etwas. Sag uns. Was ist das? Ich suche jemanden. Hier? Auf Monkislein? Ja. Wo leben die den only Menschen, die hier leben. auf Monke Island. Na ja, die einzige zivilisierte Leute. Das ist okay. Die Leute, die ich für mich suchen, leben nicht. Oh ja, diese Leute. Dann hast du den Ghost Pirate LeChuck und seine Kredite gesehen? Diese Jungs haben uns seit Monaten verletzt. Ich schaue hier in diesem schrecklichen Ghost Ship von ihnen, wälen und wehlen bis alle Stunden am Morgen. Wälen und wehlen, das Flugzeug-Business? Normalerweise, wenn wir Probleme mit den Unmädchen haben, haben wir einfach unsere Standard-Potion von Exorzism und werden damit fertig gemacht. Wie tut er das jetzt nicht? Na ja, das Hauptingredient der Potion ist eine sehr rare Reut. Wo versteckt er sie? Wo versteckt er sie? Er ist in einem Ort, hinter dieser Isle. In einem großen System von Katakomben. Ein helles Ort, mit dem Wälen der schwarzen Säulen, die immer noch in den Rücken befestigt, wo die Wälder blenden und das Luft ist tief, mit dem ranzigem Geräusch von pure Schäden. Touristen, die immer noch in den Rücken befestigt, um ihn zu sehen, um ihn zu sehen. Könnt ihr den einfach runter und davon jagen? Nein, wir haben die Schlüssel verloren. Es wurde verletzt. Na ja, wir verletzten es zu einem Hermit, der wohnt auf der Isle. Und bis dieser Krusty-Pantless-Wälder zurückkommt, wir halten seine Bananen-Pickern. Ich gehe nach Lechuk und den Rücken. Entschuldigung, aber es ist einfach nicht so einfach. Versuch zu finden Lechuk könnte sehr gefährlich sein. Ihr könnt niemals durch die Katakomben ohne den... Hey! Ixnay auf den Edhei der Avogatornay. Was? Nichts. Nichts. Was ist der Edhei der Avogatornay? Ich sehe, er ist baffleden von unserem Nativ Dialekt. Good. Wir können ihn zumindest erzählen, was der Head hat. Na ja, es ist eine Anwendung. Es ist ein Head. Es war einmal auf einen Anwendung. Wir haben ihn gehalten, magically, damit wir uns auf den Anwendung seiner innere Sicht der Direktion. durch die Katakomben ohne ihn ist unmöglich. Aber es ist unsere einzige, also du kannst es nicht haben. Ich glaube, wir haben nichts zu dir geben. Nachdem er uns diese schöne Eidle gab, auch. Schau mal, zu den großen Mönchern und eure Eidle auf jeden Fall zu besuchen. Also... Anyway, Lemonhead. Was war das, was du gesagt hast über Tropical-Oils? Wow! Okay, also wir können trotzdem mit denen reden. Ich glaube, sie haben eine sehr wichtige Diskussion. Ahem. Entschuldigung, aber wir sind in der Mitte einer sehr schwierigen Diskussion. Ich weiß, aber ich brauche wirklich diesen Navigator-Head-Thing. Ich habe dir gesagt, wir haben nur eine. Wir wissen nicht, wie wir eine andere bekommen. Sorry. Hmm. Was ist das? Oh, wir können das nicht nehmen. Du hast uns schon so viel gegeben. Es heißt, wie du dich in der Siedle befestigst. Okay. Ich kann das nicht nehmen. das nicht nehmen. Ah, da ist es. Okay. Pass auf, dann gehen wir das nämlich. Okay. look at this. It looks like instructions on how to get a head. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes. I suppose we can give you this now. Thanks. Looks pretty good. Head, doesn't it? Geht so, ne? We keep it wrapped in a necklace that makes it invisible to ghosts. Das ist wichtig zu wissen, dass die Kette ihn unsichtbar macht. I think he likes you. Just follow his nose and he'll lead you to LeChucks hideout in the catacombs. Then get the root from LeChuck and come back here. We mix up a batch of our special enzymatic ghost dissolving solution. And you can put it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. Let's play. Ich mach's einfach nur, weil's mir Spaß macht. Also, dieses Let's Play hier, ich wollte einfach Monkey Island spielen, bevor der dritte Teil jetzt dieses Jahr noch rauskommt. Das heißt, ich spiel den ersten und den zweiten nehme ich auch noch mit. Und den zweiten machen wir auch die schwere Version. Ähm, dann bin ich gespannt, ob ich da noch alles weiß. Bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaub nicht, aber wir schauen mal. So. Ja. Ja. Ja, verhängt ihn immer noch da. Ich mag halt ein paar Namen, ne? Ja, ja. So. So, jetzt geh'n wir hier rein. Geh'n runter. Mal machen. Mal machen. Mal machen. Zag'n da hin. Mal machen wir die Richtung. Nein, nein. Achso, da oben ist sonst. Noch sind wir ja nicht drin, wenn sie in die Kalle kommen reinkommen. Und dann geht's los. Ich glaube, ich will uns zur rechten. Guck mal. Okay, wir gehen links. Und da oben rein. Jetzt wird er wieder zurück gehen. Und wieder zurück. Jetzt wieder nach rechts. Da ist das Geisterschiff. Im Original ziemlich cool. Gut. Geh runter. Entschuldigung, aber ist das das Lido Deck? Okay, wir sind hier. Jetzt, was willst du von mir? Ähm, ich muss eine Halt nehmen. Kann ich bitte diese Hälfte haben? Nein. Aber danke, dass du so politely zu fragen hast. Vielleicht nehme ich sie einfach. Oh, come on. Oh, come on. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Du bist mit Zucker drauf. Oh, all right, you big baby. Du kannst es haben. Hey, was gut ist eine Hälfte, wenn du keine Hälfte haben? Das fühlt sich an. Das fühlt sich weird. Der Wind macht nicht so eine Kräfte. Wunderschöne Pläne, wunderschöne Geräusche. Der Wind macht nicht so einen Schuss. Das Schiff klingt in diesen Wänden sehr strange. Ich glaube, mehr kann man hier auch nicht machen. Da kann man natürlich vorbei, dass der Hund, was wir hier längst. Und hier runter? Ja, gut. Der Wind schläft. Hier ist so eine geile Geisterschatz. Das ist auch geil, ne? So. Können wir Geisterhunde nehmen? So. Aber eine Feder reicht ja auch schon. Gut. Es ist festgelegt. Da muss etwas wichtig sein. Jetzt können wir die Flasche nehmen. So, jetzt haben wir eine Flasche mit Grog. Was ja auch ganz gut ist. Dann gehen wir wieder hoch. Warte mal. Wir haben einen Schlüssel da. Genau. Ich meinte, der Schlüssel war hier für den Hund. Glaube ich. Ich glaube, das war so. Jetzt sind hier natürlich ein paar Ratten. Müssen wir mal gucken. So. Hier sieht man diesen. Es ist auch schade, dass die nicht alles übersetzt haben, ne? Dish. Aber dafür haben wir gerade den Grog geholt. Und wir gehen dann zum Frittierfett. Und wir gehen dann zum Frittierfett. So. Wir haben Frittierfett schön bei uns drin. Hier wieder hoch. Gehen wir raus. Jetzt fragt euch, wofür wir brauchen Frittierfett? Eigentlich würdet ihr das gar nicht wissen. Aber ich sage es trotzdem. Ist für die Tür oben. Wir können diese Tür nicht aufmachen. Die quietscht nämlich. Aber mit dem guten Frittierfett hier, können wir die Tür ölen. Das könnte sich nicht aufmachen und rein gehen. Oh gut, mehr Inventory. Hier rein. Hier rein. Genau. Und jetzt können wir nämlich. Zu dieser leuchtenden Kiste gehen. Und können die Kiste mit diesem Werkzeug, das wir haben, öffnen. Das sollte es tun. Ich kann das nicht aufmachen. Ich nehme diese alte Runde und bin auf meinem Weg. Wenn wir mal ein Anti-Geist-Getränk machen wollen. Gehen wir zurück. Brauchen wir. Sonst geht es ja nicht weiter. Ein langer Weg, eine kurze Runde und eine kurze Runde später. Ist auch nett, wenn wir den ganzen Weg nicht noch mal laufen müssen. Ich habe es geschafft. Ich habe die Runde. Wow. Schau. Schau. Er ist nicht wütend. Hier ist es. Er ist nicht so ein Wimper. Komm schon. Lass uns die Verwendung der Runde machen. Warte hier. Wir werden gleich zurück. So. Jetzt kommen wir mal. Oh, das ist so wie Chuck. Ip! Du schraubst mich halb zur Tod! Mehr als was wir hatten, nicht wahr? Es ist immer so wie das hier. Was ist mit dem Schiff? Die haben alle für die Wettbewerb verlassen. Welche Wettbewerb? LeChuck hat den Gouverneur der Melee Island. Was? Aber wie werden sie... Warum bist du noch hier? Meine Hände fiel in die Lava da. Und ich musste danach nachzudenken. Als ich zurück kam, waren sie weg. Schade. Ich liebe die Wettbewerb. Wo ist die Wettbewerb? Es gibt eine schöne Kirche auf Melee Island. Sie sind dort. Melee Island? Oh nein! Ich muss sie sofort nachzudenken. Ich muss sie sofort nachzudenken. Ich muss sie nachzudenken. Ich muss die Wettbewerb. Tschüss! Bob! Was machst du hier? Oh, ich vermiss die Wettbewerb zur Wettbewerb. Hey! Hey! Kein Problem! Haha! Wir können meine nehmen! Los geht's! Hey! Nimmst du mich mit? Willst du mich nach Melee Island nehmen? Ich werde dir meine Wettbewerb geben. Wenn du mir mit mir geschehen würdest. Okay! Haha! Los geht's! Nein! Teil 4. Das Finale! So! Das war sicherlich einfacher als der Trip zu Monkey Island. Ich weiß nicht, woher die Wettbewerb sind jetzt. Jetzt muss ich die Wettbewerb bei mir selbst. Yikes! Hey! Warte einen Moment! Interesse an etwas Malzbeer? Ich interessiere dich in etwas Rootbeer, Sir. Rootbeer? Oh, Mann! Ich liebe Rootbeer! Entschuldigung! Hast du eine Wettbewerb zur Wettbewerb? Nein, aber ich habe dieses tötige Meistbewerb. Ich hoffe, dass ich dieses tötige Meistbewerb habe. Diese Dinge ist großartig! Schau mal, LeChuck! Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt und seinen Namen... Hey! Ich gehe besser zur Kirche! So! Los geht's! Da! Ich muss die Tür öffnen! 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 Jetzt, oder... ...und für immer... ...hull... 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 Stop the wedding! Hey! Wer ist das? Nimm dies, du geistlos gesockst! Na? Wer ist denn da und der Brautkleid? Wer ist denn im... Wer ist denn im... Wer ist denn da? Was? Oh, ich werde es! Ups! Schön, Guybrush! Jetzt muss ich sie runterladen, um meine Voodoo-Root-Beer zurück zu bekommen! Und ich kann deine Dummeheit nicht glauben! Sehr schön! Ich kann nicht glauben, dass du eine Alakritie bist. Ah, ich werde von dir getrennt werden. Ähm, sag jetzt. Lass uns nicht heistig sein. So, jetzt landen wir bei Stan. Wo landen wir drin? Guck mal, was auf dem Boden liegt. Erstmal Goldmünzen. Und? Schön, dich zu sehen, Junge. Wie ist das Land? Wenn du interessiert bist, kann ich dir einen richtigen Preis geben. Ich weiß nicht, mein Partner. Du wissen, nur auf dich sehen, kannst du dir sagen, du bist ein Mann der Welt. Ein Mann mit einem Eindruck für die Qualität. Ein Mann, der ein guter Bargän, wenn er... Was er? Und? Da! Sofortige Wiederholung. Das ist ein Blimcam. Hahaha. Haha! What's that? He sure looks nice exploding against the night sky. Yes. It's very romantic. Can I buy you a root beer? Sure. There's more at Stan's. Oh, gosh. I hope Stan's okay. Haha. I wish my crew could have seen this. You know, I can't shake the feeling that Guybrush was somehow responsible for the big rock sinking the ship. Yeah. As soon as we find a way off this island, we're going to have ourselves a little chat with Mr. Threepwood. Let's get out of this hut first. At least I learned something from all this. What's that? How to deal with frustration, disappointment and irritating cynicism. Hmm, that sounds like something my husband would say. Huh, huh, huh. Ah, huh, huh, huh. Und das war's. Das ist schon ein ziemlich geiles Spiel, kann ich ja das sagen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch lassen. Und falls es euch geholfen hat, irgendwie im Spiel weiterzukommen, sagt mir Bescheid. Wäre nicht schlecht. Und wir sehen uns beim zweiten Teil und dann bald, wenn der dritte Teil rauskommt, auch beim dritten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Das war's.